Zwei Weltquests mit Ressourcen, ich hoffe, dass es sowas noch gibt, ne, um so ein bisschen mal hier was aufzubauen, hier Aschenmähne und, boah, das auf keinen Fall, boah, komm, ist hier jetzt nichts, nichts mit viel Ressourcen, come on, Monolith-Erz am Arsch, ist das ein Joke, ich hab eine Quest mit Ressourcen, das ist ja richtiger Müll, Alter, Big O's, zwei Monate, trotz Allianzler aus vollem Herzen, liebe ich deine Streams und Videos, das freut mich sehr, vielen, vielen Dank für deinen Support, da oben, was ist das überhaupt, Aschenmähne, wir gucken uns das mal an, ich brauch eh drei Stunden, um das zu finden, dann gibt's halt nur 30 Ressourcen und dann stürzen wir unten, in feinstem Mock Raids, Schattenrallye ist auch da, Hallöchen, moin, moin, tut mir leid, hab mich verklickt, du, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem, ich muss sagen, ich komm damit sehr, sehr gut klar, ja, muss ich fairerweise dazu sagen, Weltquests ist wirklich Hype, ne, also, ich weiß, wie es bei euch ist, Freunde, aber Weltquests sind momentan schon, ich will es nicht sagen, sehr üff-lassig, ja, aber schon, also, ich mach gar keine mehr, ja, ihr seht's hier unten auch an meinen Ohrens-Ressourcen, die nehmen stark ab, meine Twinks sind so irgendwo, ja, über den Daumen gepeilt zwischen 0 und 20, ja, insofern, na, ich weiß ich nicht, also Weltquests-mäßig hab ich echt gelinde gesagt, die Schnauze voll, ich bin auch rufmäßig jetzt so gut aufgestellt, dass ich echt ab und zu nur noch nach Logo ein bisschen wandern lassen muss und am Ende dann irgendwie, weiß ich nicht, in die Guillotine oder so, ja, und dann war's das auch, Video, Hallöchen, 10-Fakten-Quiz gepimpt auf 11-Fakten, fast, ich hab mir gedacht, um das ein bisschen mit der Streuung besser zu machen, ne, dass nicht alle nur einem hinterher rennen, äh, oder nebenbei schnell googeln und den Delay nutzen, ähm, hab ich jetzt gemacht, dass wir statt 2 Marks 3 haben und ich geb quasi 3 Antwortmöglichkeiten vor das sorgt zum einen dafür, dass Leute, die gar keinen Plan haben, ne bessere Chance haben und dass Leute, die einen Plan haben, verwirrt sind so, das heißt, es spielt allen in die Hände außer allen, ja, also keiner hat was davon, außer ich und dementsprechend, äh, ja, mal sehen, ob das besser oder schlechter oder gar nicht läuft, ne, das ist der Plan heute, Steckdose, Hallöchen gerade eben die, was, die neue RTX oder RTX 2080 eingebaut, Treiber installieren, dann noch Stream Beste Leben, das klingt doch wirklich nach was Feinem, oder? Neue Sachen, Freunde, wie sehr freuen wir uns gerade als Gamer, wenn es heißt, endlich wieder Updates, oder? Grafikkarten-Updates, Soundtreiber-Updates, allgemein Windows-Updates, oder? Das ist was Tolles, ja, ganz schöne Sache, das zerschießt einem ja nicht nur Datenbanken, sondern auch ganze Game-Statistiken, ne, richtig geil. Schön, NedoStyles, Hallöchen Grüße, Grüße, Ahabloas, hi Ich höre gerade wieder deine Partnerparts auf YouTube Bin gerade bei der Couch, weißt du inzwischen, was KW heißt? Ja, Kalenderwoche, ne, man lernt ja, Steckdose, man lernt ja dazu, aber es sind schon tolle Geschichten Ich hab jetzt tatsächlich ganz viele nicht mehr als bei den aktuellen Parts, aber sehr viele Leute, die die alten Paladin-Parts tatsächlich ausgraben und kommentieren, weil wir da ja auch so fast schon Time Walk & Talk mäßig auch über spezifische Themen ein bisschen flaniert haben, ja, ein bisschen drüber gesprochen haben und da kommen tatsächlich viele Kommentare wieder rein und das ist natürlich auch schön, ne, das ist schön Ich werd öfter Werbung für alte Playlists machen müssen Guckt jetzt alle Resident Evil Alles so, boah, ist kein WoW, Alter Scheißspiel, ganz einfach Ne, find ich schön, dass da wirklich ein bisschen wieder auch reingeschaut wird Nice, ich hab harter Samstagsfeeling Ja, es ist wirklich so, ne, es ist auch Zeit für Wochenende Also, ich bin immer noch dafür, so sieben Tage Wochenende zwei Tage arbeiten, aber irgendwie weiß ich nicht, will sich das nicht durchsetzen, ne, was willst du machen? Schwierig, 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 schwierig So, Aschmähne, was, ich hab keine Ahnung, was das ist, Freunde Ich reite einfach mal gut gelaunt in die Richtung und dann gucken wir mal Ich kenn da nur diese fette Hydra, aber die würden nicht Aschmähne heißen Ich lasse Weltquests momentan auch eher links liegen, zwinge mich nur dazu, meine Kriegsressourcen, äh, dass sie wieder eine Zahl annehmen, die meiner Weltquest-Motivation gleichen Nämlich gegen Null, ja, das ist leider wirklich so Ähm, zum einen ist es natürlich nice, Ressourcen zu haben Ja, auch auf Twings, um natürlich so ein bisschen Ja, so passiv über diesen Missionstisch so ein bisschen Ruf und Azerid zu grinden Andererseits setzt das halt voraus, dass du vorher Kriegsressourcen gegrindet hast, ne, und somit ist es letztendlich nach diesem Prinzip wieder ineffiziente Kacke, ja, insofern lieber gleich lassen. Extrem wichtige Frage, wieso Bluteuter? Generell haben deine Charnamen im Hintergrund Ähm, ja, die meisten schon Ähm, viele sind aus Level-Kombinationen entstanden Da mein Freundeskreis, große Teile meines Familienkreises und so weiter zocken und, ähm, immer wenn dann wer neu angefangen hat, haben wir mit dem einfach einen Charn zusammen hochgespielt Und dadurch entstanden dann so Namen wie die männlichen Worgen Bibi und Tina, wie die weiblichen Goblins, Grün, Gemockt, Frosch, Franzi, Krötenkati und Leuchlaura, Blut- und Eitereuter Kotmensch und Kotmensch und solche Sachen Äh, Spinatbär, Meuchelmöhre, Oh mein Gott Owned und Oh, You Failed, immer solche Namenskombinationen Ne, also die haben schon eine Bedeutung Aber meistens, äh, eine schwer fassbare für jemanden, der nicht mitgelevelt hat Ne, es ist einfach ziemlich bescheuert und muss so ein bisschen Zusammenhängen, äh, wenn dich das größer Interessiert, dann kannst du auf YouTube einfach mal schauen Ich hab ne Playlist, die heißt Meine Chars, wo ich immer zu größeren Patch-Abschnitten und so Ähm, meine Char-Liste vorstelle, was sich verändert hat Was ich gerade spiele, gehe ich auch immer auf die Namen ein Also wenn dich das weitergehend interessiert, hab ich dazu Tatsächlich auch längere Videos, wo ich auf sowas ein bisschen Eingehe. So, ich musste so hart feiern Das ist sehr schön, das ist sehr schön Bolias, Christa, Hallöchen, Windows-Update Als hättest du meinen geistigen, äh, gestrigen Struggle, aber auch den geistigen, ne Mit dem Windows-Update mitgebekommen Fast schon Vietnam-Flashback, das ist halt wirklich nicht schön, ne In meinem alten Betrieb kannten sie KW, nicht Durfte es immer ausschreiben bei dem Ausbildungsnachweisen Geil, das ist auch gut, ne Ah, es läuft wieder in Deutschland Toll, es gibt was anderes außer WoW, ja RL zum Beispiel, ne, aber das will ja keiner Um Gottes willen So, ich hab wirklich keine brauchbare weitere Weltquests Das kann ich dann hier noch irgendwie ein bisschen, äh, Panzerspiel Ne, Panzerspiel ist auch scheiße im Stream, Digga Muss ich aufpassen, was ich drücke, ne Ja, dann halt nicht Hier haben wir noch Azurizes in der Nähe Ja, das ist am Arsch der Welt, Alter Die wollen nicht, dass sie Weltquests machen, Freunde Seht ihr das? Ja, dann bleibs Dann geben wir gleich Nachtfestungen drauf Geschissen, Alter Dann halt nicht, weißt du Ich denk so, gut Geben wir BFA eine Chance Ne, aber so, ne Ist so Lisa Raksow, Hallöchen Wollen wir mich nochmal für die tolle Aktion mit dem Käpt'n bedanken? Ja, gerne, gerne, gerne Hat mich gefreut, dass so viele mitgemacht haben Und ist da natürlich auch immer schön zu sehen Aber auch gesagt, bei den Büchern Wenn bei euch was ankommen, ne Haben wir die ersten auch schon wieder gemacht Wenn ihr dann direkt einen Screenshot noch postet Damit, das finde ich ja Auch immer sehr, sehr schön So, ich maunte noch auf und lock dann aus Der Lifestyle Sagst du, Hallöchen Moin, moin Der kleine Lugi Die Let's Plays sind ja auch erste Sahne Gibt immer was zu lachen Das freut mich, ne Allererste Sahne, würde Rukan sagen So, Freunde Der Paar Ja, gut, das tut mir jetzt leid mit den Schultern Die habe ich vom Feld fast bekommen Ja, der Paarler ist fertig Der Dicke ist fertig DH braucht noch eine Menge Aber vor allem der Monk Der Monk braucht Der hat auch ein bisschen Loot bekommen Hier, Warfront-mäßig, ne Aber der braucht auch dringend Das Music-Set aus Nighthold Und das kriegen wir heute Das kriegen wir heute Asch mir ein Lore-Video Ja, Dani Ich lese dich Und grüße dich Hallöchen Erstens, hi, zweitens Endlich mal wieder Wenn ich nicht arbeiten muss Drittens, was gibt es heute bei dir zu essen Wir hatten heute schön Hasenbraten Mit Rosenkohl Und ein paar feinsten Tüften, ne Tolle Sache Und du musst nicht arbeiten An einem Feiertag Da gehen die Leute doch essen, hör mal Mein Lord Was war denn los Für meinen Betrieb ziehe ich in den Krieg Heißt das doch so schön, oder nicht Also Meine Güte Hier, by the way Liebe Brau-Festladen Wer schon mal Dunkel-Eisen-Zwerg spielen wollte Kann man sich immer noch das Kostüm holen Sieht zwar total kacke aus Und da hatten die damals schon keinen Bock drauf Irgendeine Gesichtstexturen von einem Spieler zu designen Aber Man kann zumindest auch Zweiter Dunkel-Eisen-Zwerg spielen Beste Judi, Freunde Ich port mich mal nach Dalla Ich fliege mal so Richtung Nachtfestung Und dann geht da unten wie immer die Gruppe auf Ihr kennt den Spaß Und dann Attacke Keppenplant Hallöchen Proplex Ja, Moin Mach weiter so Ich werde mich bemühen Dankeschön Freut mich, freut mich, freut mich Jetzt wollte ich gerade einen Livestream auf YouTube nachschauen Dann ist der Junge am streamen Es ist ganz traurig auch Man kommt gar nicht hinterher Man kommt gar nicht hinterher Skadrasch Dankeschön Für zwei Monate Schön, dass du am Start bist Grüße gehen raus Danke für deinen Support Trav kann das Panzerspiel nicht Ich war früher sowieso immer schlecht in sowas Ich kann auch kein Mühle Oder Schach Oder Risiko Oder irgendwas Kann ich alles nicht Brettspiele und auch Kartenspiele Haben mich immer gar nicht gejuckt Mau Mau fand ich gut Uno fand ich gut Und am liebsten habe ich eigentlich gespielt 32 Heb auf Wo du das Kartenspiel auf den Boden schmeißt Und der, der irgendwas mit dir spielen wollte Das zusammenheben Das ist so meine Lieblingsspielkategorie Aber ansonsten könnt ihr mich damit jagen Wir machen ihr, wisst es Wenn ihr länger zuschaut, wisst ihr es Wir haben einmal im Jahr auch immer so ein großes Cousin- und Cousinen-Poker Damit wir alle mal zusammenkommen Neben diversen Hochzeiten und Familienfeiern Ja, und da mache ich genau das Was meine Sitznachbarn machen Und danach schieße ich mich weg Ja, das ist so der Lifestyle beim Kartenspielen Auf jeden Fall Kellergeist Fünf Monate Auch dir Vielen, vielen Dank für deinen Zappo Grüße gehen raus Schön, dass du da bist So, ich habe wieder gar nichts Ich muss wieder Gold bezahlen für meine Bonus-Worlds Freunde, ich raste völlig aus Ich nehme wieder zwei mit Gut gelaunt auf Nacken Und dann machen wir uns Richtung Nachtfestung Toll, ich überarbeite meinen Mock jetzt nicht Das bleibt jetzt so halb zerstört Denn es muss droppen Es muss neues Mock droppen, Freunde So, wir fliegen mal gut gelaunt in die Richtung Und dann, Ticke, Ticke Warte bitte, Cord Ja, der gute Cord Johnny B, ich fliege ja in Ruhe hin Wir haben ja Zeit Ist ja kein Problem Das ist blöd Kann dir nur mit Paypal spenden Aber das geht bei mir zur Zeit Ja, das ist sad, Mann Das tut mir richtig weh Also wirklich Ihr nehmt sehr gerne euer Geld entgegen Ja, wie ist der Herzenhammer Hallöchen Moin Nach zwei Monaten Digga Das tut mir noch mehr weh Das tut richtig weh beim Lesen Auf jeden Fall So ist es Hab auch Freiner Sechs Tagen durcharbeiten Gastro ist kacke Das glaube ich Das glaube ich wirklich gern Weil das ist vor allem so eine Arbeit Die sieht man eigentlich gar nicht In der Gastronomie Also so jetzt im Kochbereich Da weißt du klar Das Essen hat jemand gemacht Ja Aber gleichzeitig siehst du den ja auch nicht Ne Und du hast eigentlich keine Anerkennung Wie oft Wir haben ja Köche hier Wie oft war es denn bei euch der Fall Wie in einem Film Ja, wo dann die Frau Sag Oh, das hat so gut geschmeckt Ich würde dem Koch gern persönlich loben Können sie den herholen Das passiert doch nie, oder? Wurde schon mal einer von euch So extra aus der Küche gewunken Damit man so persönlich das Lob bekommt? Ne, oder? Das passiert doch gar nicht Das ist eigentlich voll scheiße So, das sollte Standard sein Ähm, dass man Weiß ich nicht So den Koch Auch richtig geil Haben alle Bock drauf Durch so eine Glasscheibe beobachten kann Wie ein Affen im Zoo Und dem dann beim Kommen und Gehen So zunimmt Ne, und sagt So Digga GG well cooked Oder so Ne, das wäre doch schön So ein bisschen Anerkennung Aber gut Das wird nicht passieren Und das wird Also mich wird das auch mega abfacken Ständig hinter einer Glasscheibe arbeiten zu müssen Wir haben ein Restaurant hier in der Nähe Das ist so mongolisches Schaukochen Ne, da werden keine Mongolen In einem kochenden Topf irgendwie geworfen Sondern da nimmst du dir so seine rohen Zutaten Bringst sie dann zu dem Koch Und der macht dir das dann in so einem riesen Wok Vor deinen Augen fertig Und selbst das wäre mir schon Weiß ich nicht Richtig blöd so als Koch in dem Moment Ne, schwierig 32 hebt auf, ein Klassiker Es ist so, ne Es ist wirklich so Ich hasse das Arzuri-System 385 Schultern Kann sich aber nicht anziehen Weil die Alten mit Archiv der Titanen so gut sind Ja, das tut auch weh, Mann Das sind Wir haben heute viele Schmerzen im Chat Das ist so, Ben Ich grüße dich Moin Deswegen ist Ben da Und verteilt erstmal Herzchen Und das ist ja auch schön Während Sifirinius Sub verteilt Vielen, vielen Dank auch für deinen Sub und deinen Support Schön, dass du mit am Sisi bist Und das ist auch so ein befreiendes Gefühl Ja, einfach diese miesen Nachtgeborene Schön jetzt one-hitten zu können, Freunde Es ist ein Fest wirklich Richtung Nachtfestung zu gehen Ich muss es immer wieder sagen Keldahn Sifirinius Ja, ich grüße euch Hallo hier So, wir haben die ersten ja auch schon wieder stehen Wunderbar Wird sich Pilgau wieder verstecken Wir wissen es nicht Wir wissen es nicht Hier steht noch jemand Hallo Tilar Dein Fisch ist nicht frisch Ich weiß nicht Das könnte jemand sein Ich wollte gerade sagen Das könnte jemand sein Von uns Dem gildenden Namen Na, Freunde Gruppe geht gleich wie immer auf Gruppe heißt bei Benutzer definiert Löl LÖHL Wer mitkommen möchte am Ende Nach Albtraum und so wieder Giveaway Insofern dann Wer mitkommen möchte Gerne anmelden 20 Leute Passen rein Ich mach bevor ich das tue Mach ich mal noch mein Das freut mich Dilar Mach mal noch mein Weltquiz Addon aus Ja, wieder nicht Dass das uns wieder alles zerschießt So war das W, 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 W Worldcrest Trigger Einmal neu laden bitte Schön Ich in meiner Lehre damals Tatsächlich Sowas passiert Das finde ich ja toll Ich denke immer an Voidlord Wenn ich was esse Aber das ist auch schön Oder Also Weiß ich nicht Ob das so schön ist Aber vom Gedanken her ist das toll Servicekräfte sind Menschen Zweiter Klasse So werden wir zumindest behandelt Ja, das denke ich nämlich auch Und da finde ich höchst schade Ja Das finde ich sehr, sehr schade So Löl 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 Und insofern würde ich sagen Ja, Attacke Wir schauen mal was passiert Das war schon öfter so Ist mir auch ein bis zweimal passiert Das finde ich schön Das finde ich schön Ich stelle mir vor Dass das vor allem eben bei so Älteren Semestern passiert Sag ich mal So eine Oma Die dann sagt Oh, schön Das ist aber toll gekocht Und bevor ich jetzt gleich Das letzte Mal über den Friedhof Wandle und mich direkt da Auf meinen Platz haue In diesem Moment Möchte ich nochmal dem Koch dann Und dem schönen Tag machen Oder so Aber das finde ich schön Ich finde das ist eine tolle Geste So Freunde Wer noch mitkommen möchte Nachtfest so müßig Es war ein D-Reset Es gibt keine Ausreden Ja Kann man hier Sich wunderbar anmelden Bei dieser Gruppe 20 Leute passen rein Und dann einmal schön Maunschungs Timokschungs Und Attacke Big Macintosh Hallöchen Grüße Geiz ist auch da Sehr schön SAO Marathon Wat heute Um Gottes Willen Also red leiser Ich werde mich bemühen Ich werde so ein bisschen So ein bisschen Whistle So ein bisschen hier reinflüstern ASMR Nachtfestung Toll Einmal brauchten die Gäste Auch die Kippe danach Wegen meinem Essen Und ich bin stolz Hat ich so fertig gemacht Einfach mal komplett Die ganze Pfeffermühle Reingeworfen Schön Hab das Video gefunden Wo du dir eine Hotbox Baust Das ist auch sehr gut Das ist auch sehr gut Du hast ja gesehen Man muss das nur richtig verpacken Dass man das letztendlich Auch absetzen kann Das ist ganz ganz wichtig Schön Bei Kartenspielen Hab ich so ein kleines Trauma Mein Bruder hat mich damals Etwas gequält Mit so komischem Kartenspiel Wo man je nach Symbol Brennnessel EDC machen durfte Wem Gegenüber Ja das ist auch ganz bekannt Vermutlich weniger Jetzt in Kreis Wo man um hohe Geldeinsätze spielt Aber auch das gibt es natürlich Womit wir auch wieder Bei IMP und Co werden Wo wir beim letzten Mal Auch drüber gesprochen haben Freunde So diese erste Katalogzeit Diese ersten Witzgeschenke Und so ein Kram Das hing ja alles mit zu Also No Loading Screen Ja ich würde gerade sagen Hier fehlen so 4-5 Leute Die sonst immer mit am Start sind Da wird der Dollar Loading Screen Richtig schön ausgekostet Junge Ein Traum Ich will mit dir Aber ich bin nicht auf ERE da Das ist ja kein Problem Deswegen melden wir das ja hier In diesem Tool an Wo jeder egal welchen Servers Mitkommen kann Siehst wir haben hier Blackrock mit dabei Wir haben hier Was ist ein T Sehe ich das Sehe ich das da unten Ne Tippfehler Heißige Aber deswegen melden wir Hier im Tool an Du musst nur Hordler sein Du musst die Stufe haben Und dann kannst du dich ja anmelden Deswegen machen wir das ja nicht Gilden intern Sondern über dieses Tool So Man sagt ja auch Selbst ein schlechter Koch Ist ein guter Kellner Das ist natürlich wahr Ja Und das ist ja auch wichtig Dass man wenigstens am Ende Des Arbeitstages sagen kann Gut Ich kann zwar nichts Aber wenigstens ein bisschen was Ja also Von nichts viel Und dann wenigstens aber Ein bisschen Gutes Das ist ja wichtig Dass man sich da Auch auskennen kann In dem Moment Ja ganz klar Habe es auch mal wieder geschafft Harry das freut mich Ja moin 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 Grüße gehen raus Wir warten noch Ob noch zwei tapfe Recken Bock haben Ansonsten schaffen wir das Natürlich auch so Ach wir sind ein bisschen Früher halt als sonst Das ist das Problem Keiner hat seinen Rechner an Alle spielen noch Weiß ich nicht An sich selber rum Um diese Zeit Ja das ist schwierig Bis zu belasten Aber was willst du machen Mein Spiel stürzt ich dir nicht ab Was zum Fick Firefrog Was war los Die Einhänge Im Ladescreen Beim nächsten Start Der Rechner gar nicht Es ist alles ganz traurig Service kann nicht jeder Erst recht nicht Köche Das ist natürlich auch richtig Deswegen finde ich es umso Umso schwieriger Da den Berufszweig Nicht den nötigen Weiß ich nicht Respekt einfach Gegen Oder entgegen zu bringen Oder was auch immer Ich muss nur einloggen Firefrog Ich war da Zwei Plätze sind frei Insofern Was willst du machen Hab keinen Hordler mehr Ja gut Das ist denkbar schlecht Das ist ja jetzt So eine Situation Da muss man sagen Das ist in jeglicher Hinsicht Denkbar schlecht Und apropos schlecht Gestern Freunde Waren wir tatsächlich Nicht Döner essen Wir waren mal bei Good Old McDonalds Und ich hab mal tatsächlich So ein Eis gegön So ein McFlurry Oder Flurry Oder wie auch immer Das heißt Schwarzmähne McSchwarzmähne Da sind die beiden Gerade für den Loading Screen bezwungen Moin Und noch ein Russe angemeldet Nice Gut Freunde Wir sind voll Und hier diese McFlurry Eisdinger halt Nicht hier diese kleinen Ein Euro Vanilledinger Von McAfee Oder wie es heißt Keine Ahnung Und wir haben genug Hexer So reingehen Und da gibt es Tatsächlich Gab es eine Sorte Mit Keksteig Cookie Weiß ich nicht Raff oder was weiß ich Wie das heißt Und ich dachte so Ja nimmst du mal So nehme ich Keksteig Esst dieses Eis Und das schmeckt wirklich Wie fucking Keksteig Alter Wie machen die das denn So da kam ich Da müsst ihr euch vorstellen Ich kam mir erstmal Gefühl eine halbe Stunde Nicht drauf klar Auf diesen verkackten Wechselblaster Und dass dieses Eis Nicht nur nach normal So Eis halt schmeckt Sondern auch nach Keksteig Da ist so ein Eis Das schmeckt nach Keksteig Sowas macht mich fertig Freunde Sowas macht mich wirklich fertig Liebe Leute Was mich auch fertig macht Ist wenn wir die Bosse zu früh pullen Deswegen Ansage wie immer Bringt eure Sitze bitte In eine aufrechte Position Und wartet vor den Bossen Bis alle da sind Das wäre wunderbar Das wäre ein Träumsche Wie ist Händlerkertsche Wir als Baris Ferraris Fans Das wissen wir Wie war die Hochzeit War sehr schön Ja war wirklich sehr schön Für mich so ein Event Ja auch immer mal alle sehen So Großfamilie und so Musik war jetzt nicht Zwangsweise meine Richtung Aber zu erwarten Dass auch eine Hochzeit Mit Freunden und Familie Zwangsweise 187 läuft Ist auch eine recht gewagte These Ist dann bei Boli Hast du mehr irgendwann In der Fall Das dauert aber auch noch ein bisschen Insofern Ja war toll Essen war super Getränke waren toll Was für mich immer schwierig ist Für mich als Kampftrinker Ist so dieses Prinzip Eine Bar zu haben Weil auf dem Weg zu einer Bar Das ist schwierig Dann stehst du da Wartest Ja ich brauche so Suff auf dem Tisch Und der muss dann Nahezu intravenös 24x7 eigentlich Bei mir reingehen Man muss anstoßen Und so weiter Und das sind alles Sachen Das ist schwierig In so größerer Zahl Auch immer umzusetzen Wisst ihr wie ich meine Das ist so mein Problem Ich hab gern so eine Etwas gemütliche Und später dann ausartende Feieratmosphäre Und das ist Unter solchen Rahmenbedingungen Manchmal schwierig Ja zu finden Das war so mein Problem Also insgesamt Auf jeden Fall Sehr sehr schöne Feier Richtig nice Gab auch ein paar Lustige Spielchen Was ja jetzt auch Weniger meins ist Aber auch die waren sehr witzig Sind wir in Hero drin Oder in Müssig Freunde Müssig Alles ist gut Und Ja ansonsten sehr schön Ja ansonsten wirklich Sehr sehr schön Heute endlich mal geschafft Bier des Jahres zu schaffen Nach 5 Jahren Aha du hast Glückwunsch Herzlichsten Alter Zu diesem Mega Erfolg Sehr sehr gut Blizzard Agent ist inaktiv Firefrog was ist da denn los Mensch Was ist da denn los Der Mann hat den Agent gesprengt Dankeschön Tilla Für diese abgebrochene Halskette Toll Die hab ich nicht mal bekommen Sad face auf jeden Fall Fake Geschichte Die Eismaschinen sind natürlich Immer kaputt Außer das war ein Als McDonalds getarnter Burger King Oder sonst was Ihr wisst Burger King Geh ich nicht mehr hin Seit ich als ich 6 war Einmal da war Und alles inklusive dem Eis Nach verbrannten Kuchen Geschmeckt hat Ähm Und tatsächlich bei mir In meiner kleinen Mittel irgendwas Stadt War noch nie die Eismaschine kaputt Er hatte noch nie Ich kann das Meme nicht leben Freunde Er hatte noch nie den Fall Dass meine dörfische McDonalds Eismaschine kaputt war Vermutlich weil die In so einer geringen Benutzung ist Äh Dass sie einfach Die geht einfach immer Junge Haha Wie heißt das Cookie Duff Oder Duke Oder weiß ich nicht Duck Heffernan King of Queens Alles sowas Void Lord 10 Monate Digga Köche sind Götter in Weiß Ist auch noch ein Sprichwort PS Alle bitte jetzt mal Hashtag kleiner als 3 Hashtag Liebe für die Köche Ja wir können ja mal Freunde Ne So aus nächsten Liebe Können wir ja mal Ein paar Herzchen im Chat Mal haben für die Köche Warte ich mach das auch gleich mit Sobald ich stehe Das ist wichtig Ne Dass sich unsere Köche Ja in jedem Betrieb Alter von der Nobelgaststätte Bisschen zur Currywurstbude Dass die wissen Dass wir ihren Aufwand appreciaten Ich finde das ist auch wichtig Das wird zu wenig gemacht Darum mal Herzchen Für unsere Köche Ja Für die Helden hinterm Herd So Void Lord Dankeschön für deinen Sub Und deinen Support Ebenso auch für Thoratin Digga 187 Auch 10 Monate Digga Vielen vielen Dank man Für deinen Support Ne Er hat den geheiratet Wenn man fragen darf Mein Cousin Ihr wisst das ist bei meiner Großfamilie Immer schwierig einzuordnen Es ist der Cousin der World of Warships Und Diablo 3 spielt Ab und zu auf WoW Mit dem ich früher auch Ab und zu gespielt habe Aber ihr wisst Ne Allein väterlicherseits Meine Oma hatte 5 Kinder Jede davon verheiratet Mindestens wiederum ein Kind Ja Und dementsprechend Ja wir hatten jetzt gefühlt Die letzten Jahre Jedes Mal eine Hochzeit Und so Ne Deswegen Immer schwierig einzuordnen Ja so in dem Größenverhältnis Aber es war mein Cousin Und seine liebe Frau So Befreien das jetzt sagen zu können Sonst tiert man auch immer So hinterher Ja so Freundin Frau Weiß ich nicht Untermieter Und so Ja ist immer schwierig Aber jetzt ist das Wenigstens dann auch mal In trockenen Tüchern Ja tolle Sache So Verbrannter Kuchen Ist doch lecker Ja aber es ist dann schwierig Wenn du sagst So gut der Burger Hat jetzt nicht geschmeckt Dann bestellst du ein Eis Und in dem Eis Sind dieselben schwarzen Krümel Drinnen wie auf dem Burger Und das Eis schmeckt dann Wie der Burger Und das ist alles ganz Das war ganz ganz traurig Also Burger King Habe ich mir selber Damals kaputt gemacht So Es robt wieder nicht Diese Illusion Shoutout an den Ehrenmann Der jetzt hier irgendeine Illusion bekommt Nämlich niemanden Er existiert nämlich nicht Den gibt es nämlich gar nicht Ihr müsst nebenbei mal gucken Freunde was ich überhaupt noch brauche So Liebe für die Köche Ist auch rausgegangen Das ist doch toll Ähm Nina Nachtfestung Digger mythisch Uh Das sieht Das sieht gar nicht gut aus hier Was ich hier wieder alles brauche Junge Äh Aluriel war das Das war Krosos Das war Sterndeuter Und das war Anomalie Boah das müsste ich ja eigentlich mal rollen Ne Pass auf jetzt Pass auf jetzt Jawohl Digger Schöne Essenzen Und die Stiefel die sind wichtig Ne Ich finde wenn man ranzoomen Freunde Dann sehen die Stiefel für mich eigentlich aus Wie vom Kriegerset Oder So von der Färbung ist das doch T6 T20 vom Krieger so Aber es ist Monk Plotwist Blöd gelaufen Blöd gelaufen auf jeden Fall Ich gebe dir was ich nicht brauche Das freut mich sehr Tela Das freut mich sehr zu hören Denn nur dank euch Habe ich ja im letzten Run auch das Palace Set voll bekommen Ne War alle direkt Boah hier Digga Der Boy er braucht die Schulter Und ich opfer sie einfach mal Für meine Exodia Und meinen weißen Drachen Mit eiskalbem Blick Ne Da waren alle direkt Feuer am Stisse Ja Freunde Also zusammengefasst Liebe geht raus an Köche Beziehungsweise Servicekräfte McDonalds Keksteigeis Empfehlenswert Auf jeden Fall Außer für den Preis Lol Also klaut es einfach Und Ja was war noch Hochzeit war nice Hochzeit war nice Aber Ja Muss ich halt als Hochzeit sehen Nicht als Abrissfeier So auf jeden Fall Das ist das Ding Es war kein Es wurden keine Bänke Durch Fenster geworfen Und so Wie das sonst so bei Meinfeiergeschichten Erfallen Das war nicht der Fall Ja das ist so die Zusammenfassung Der ersten Minuten Into the Nachtfestung Alter was ist das für ein Vieh Silly Teeth Ich glaube das ist Das ist Ja das ist ein Käfer Alle jetzt so Boah shit ne Boah shit Sind sie es Andreas Kieling Alter Und könnte ich hier mein Hunden Tesschen Maggi haben Die hatte ich schon Klasse Ich hasse mein Leben Und Ja Dementsprechend Gibt es den zum Beispiel Glaube ich als Rare Mob Ja Deswegen kennen ihn vielleicht nicht viele Und auch in der Arena von Tanaris Ja Wer da noch nicht gequestet hat Liebe Hunterlines Da gibt es auch diese Arena Quests Und da gibt es ihn auch zu zähmen Ja Ganz toll Dann rennt man mit so einem richtig Räudigen flachen Tausendfüßler Käfer rum Da guckt mal wie der läuft Alter Richtig Nee das ist einfach nur richtig abartig Das ist wie wenn ihr so Aufwacht abends Euch beobachtet fühlt Und seht so eine richtig fette Spinne An der Wand gegenüber Dann macht ihr Licht an Um die zu catchen Mit einem Glas Und einem Staubsauger Und dann flitze ich in diesem Tempo Alter über die Wand Hinter euren Schrank Und GG Rare Plate Schlaf Ne Man kennt das ganz genau Was willst du mal haben Ah Unimensch Wait wait Isomniac So Hallöchen Ich wollte hier schon wieder Ein Vokal mit rein Mit rein stolpern In deinen Namen Es ist ganz ganz traurig auch Wirklich Ich würde mir auch gerne mal wieder So ein richtig nices Eis gönnen Wenn das nicht immer so teuer wäre Oder Eis tut wirklich weh auch Also wir hatten letztens Im Discounter Hatten wir so eine richtig schöne Packung mit Was war denn da Irgendein Haselnuss Eis Oder so Es waren echt 5, 6 so ne Hörnchen Und das war ein Preis Der so wenig weh getan hat Dass ich mir nicht mal gemerkt habe Also schöne Box vom Discounter Ist auf jeden Fall nice Ansonsten tut Eis doll weh Auf jeden Fall Diverse Marken sind so gut Aber auch so tödlich Für den Gateboy Das ist so ne Wenn du jetzt irgendwie Tanken gehst Und denkst dann Boah jetzt hier mal noch So ein schönes fettes Magnum Gold oder so Und dann bezahlst du das Eis Mehr als für die Tankladung Weiß Geh geh alter Es lebe der Kapitalismus Nein so schlimm ist es natürlich auch nicht Aber Vom Gefühl her schon Ja vom Gefühl her schon Auf jeden Fall Wann heiraten wir beide Ja wenn die Poolkappen Endgültig geschmolzen sind Ne dann ist das nämlich eh egal Schon was Neues gehört Wegen dem Thumbnail Die Ähm Ja also er hat so weit Die Kommentare eigentlich ignoriert Oder gelöscht Macht munter weiter Und das einzige was Wie gesagt aufkommt Ist dass sich immer mehr Kollegen gemeldet haben Ne irgendwie wie gesagt Von Sofa Gaming Inklusive Logo noch geklaut Neben 4, 5 von mir Auch noch von G-Network Wohl das ein oder andere Ähm Rückmeldung vom Netzwerk War allerdings Dass man da Wenig so machen kann Ne also sie haben jetzt leider Kein Kein Instant Kontakt am Start Wo sie jetzt irgendwie sagen können Hier check das mal Das heißt ich müsste jetzt quasi Mach ich dann auch demnächst Klar aber ist ein bisschen Arbeitsaufwand Ähm Ein bisschen mehr was schade ist Ähm Muss ich mich dann mal ransetzen Echt so eine Urheberrechtsanfrage Quasi an YouTube selber stellen Ne Und wo ich das dann alles Nochmal fertig machen muss Also ja ich bin dran Und äh Finde das sehr schade irgendwie Ja muss ich mich dann Demnächstes Mal halt ransetzen Ja das ist so Das ist so die News dazu Vio Comics Hallöchen Der Moment wenn man sich Bratnudeln macht Sie auf den Teller legt Und dann den Teller Auf den Boden ballert Nein Captain Blunt Ach Mensch Ah es tut heute alles Dolle weh Wir haben heute wirklich Chatgeschichten Die tun wirklich dolle weh So was brauche ich Ja Lurie braucht ich auch irgendwas Ne aber ich hätte lieber Oder ist das Von wem war das jetzt Das war Aluriel Ne den Kopf hätte ich schon gerne Komm Aluriel Sei keine Bitch Die ist ne Bitch Aluriel ist ne miese Ho Freunde Ich muss es so sagen Lego Drop für den guten Ben hier Geht set man Ah dann muss man so sagen Die Zauberklinge ist ne Zauberho Ja das ist letztendlich das Was wir aus diesem Nachtfestung Run jetzt gelernt haben Aber gut Ist ja nicht aller Tage Abend Ne ist nicht der letzte Nachtfestung Run Aber man will ja rein Man will ja das Zeug auch haben Na ja und gerade der letzte Pala Run Wo ich hier mit 5 Drops rausgegangen bin Und das Set war voll Das wäre schon geil Wenn es so bleiben wäre Aber ist leider nicht so Was willst du machen Ist geil Hallöchen 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 Weil Bratnudeln ist auch sowas Ne Das ist so ein Gericht Da steckt ja auch Liebe drin Ne in jeder Seite der Nudeln So Bratnudeln Da bist du noch ein bisschen Ei mit rein Ein bisschen Schinken Ne Schön ein bisschen würzen Oh das ist ganz was Feines Das schmerzt richtig Anders als wenn du jetzt Irgendwie so lieblos So ein Spiegelei machst Du denkst Ja hier blubbert noch Sieht aus wie ein Ei Fertig Von mir aus noch ein Toast drauf Und fertig ist die Laube Das ist bei Bratnudeln anders Die kannst du richtig pimpen Tolle Sache Ist das der Zweimal her Ja das ist der Boah Druidi Wenn du den nicht brauchst Die nehme ich auch mit Kusshand Mein Guter Das wäre ein Träumchen Das wäre ein Träumchen Auf jeden Fall Zweite Stream vom Boy Weihnachten rück Ja ja wirklich Noch zweimal waschen Dann ist Weihnachten Also es sind wieder große Schritte In denen wir gehen Freunde Es lässt sich wieder nicht anders sagen Wirklich Wenn ich voll tanke Oder voll tanke Das ist auch schwierig Sind wir jetzt beim Tanken Sind wir noch ingame Muss ich erstmal gucken Ob ich noch Geld für ein Eis habe Das stimmt auch Oder allgemein Geld auf dem Konto Oder ob man einfach losfährt Und sagt no risk no fun Das ist wirklich so Boah da geht es mittlerweile Um die Cents Da gibt es mittlerweile Apps Die sich über Werbung finanzieren Weil die Leute da Alle drei Stunden reingucken Ob sie die Tankpreise ändern Völlig geisteskrank man Wirklich 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 Ja werde ich sie schneller Schmelzen lassen Ja mit deiner Macht als Koch Ist das bestimmt durchaus möglich Warum nicht ne Warum denn nicht Isomniac mein Guter Vielen vielen Dank Für deinen Sub und deinen Support Schön dass du am Sisi bist Oh ich habe die Schultern bekommen Braucht die jemand Das sind die Monk Schultern Die habe ich schon Tausche Monk Schultern Gegen andere Ledersets Oder gegen irgendwas Ist das hier ein Ruidi Wollt ihr mir die jetzt geben Ich weiß es nicht Ihr habt alle Bezüge verloren Wer ist das denn hier Baggage Ja warte Ich warte draußen Vom nächsten Boss Lass das einfach Vom nächsten Boss machen Da warte ich da dann Brudi Brudi Tela hat auch wieder Was tolles Was sind ein Artefakt Relikt Nichts Nichts Tela Ist das so Oder willst du die Schultern haben Möchtest du die Ich weiß es nicht Es ist alles ganz komisch Und mystisch Ich wollte mir eigentlich Jetzt hier diesen guten Krieger Angucken Weil das ist ein sehr sehr sexy Set Oder Das ist sehr sehr sexy Helm des Schreckenspanzers Boy Und das ist tot Oder der Streitkurven Ja nice Das sieht schon wirklich gut aus Hela Willst du jetzt die Schultern haben Ich weiß es nicht Oder möchtest du mir Du den Hals geben Ja danke Es ist alles ganz mystisch Was hier passiert Freunde Nicht nur der Schwierigkeitsgrad Ne wirklich Danach gehen wir nach Albtraum Und dann machen wir noch Ein schönes Giveaway Und dann müssen wir gucken Wie es mit der Zeit ist Mein Zeitgefühl ist ja Weil wir hier gefühlt Immer schneller durchbillern Ist das ja sowieso Völlig im Arsch Das war es ja vorher schon Das macht es noch schlimmer Ah wis Hallöchen Mach keine Versprechen Die du dich halten kannst Das geht schneller mit den Poolkappen Als du gucken kannst Ja stimmt Stimmt Ich wollte die Schultern Teller Ach so Ja siehste Aber du bist Schorke Das sind doch die Monk Set Dinger Oder die bringen dir gar nichts Mein Guter Die bringen dir gar nichts Also ich kann dir die jetzt natürlich geben Dann kannst du dich für 43 Gold verkaufen Aber das sind ja Set Schultern Die bringen dir leider gar nichts Heute ist nicht Ende aller Tage Ich komme wieder keine Frage Das auch Das auch Das auch Was klar Wie klar Du kannst sie nicht Also du kannst sie so anlegen Aber die zählen nicht in deinen Mock Schrank mit rein Das wäre ja auch zu einfach Das wäre ja auch zu einfach Dankeschön Druidi Für diesen schönen Helm Vielen vielen Dank Das sind wir Der Rätsel Der Rätsel Das Rätsel zur Lösung etwas näher Drei Teile Boy Sehr sehr fresh Vielen vielen Dank Für diesen schönen Helm Wie sind wir jetzt Aufs Essen Thema Ich weiß es auch nicht Es ist alles ganz komisch Es war immer ein Teller mit Bratnudeln Die waren Die wären Total lecker Dann fiel der Teller mit den Nudeln zu Boden Ende Ist das jetzt eine Creepypasta Uuuuh Hahaha Tricky 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 Ganz ganz gefährliche Ansage So Freunde Sind alle da Oh hier Piraten unter uns Wir müssen aufpassen Wo muss ich hin Hahaha Wir haben einen Schurken verloren Wo ist er denn Wo rennt der arme Mann denn hin Ne Er ist jetzt völlig verwirrt davon Dass er kein Mönch ist Und das Mönchset nicht tragen kann Das ist relativ traurig Aber das ist wirklich so Freunde Bei den T-Mock Dingern Ne Die sind tatsächlich Klassengebunden Auch beim T-Mock Deswegen könnt ihr die ja auch So nicht bekommen Wenn ihr die Klasse nicht spielt Das heißt Ich kann die euch handeln Klar Deswegen habt ihr die aber nicht In eurer Vorlagensammlung Wo ist er Mann Wir porten Das ist Das ist okay Ja gut Wir laufen los Wie anderen porten Das ist ein großes Miteinander Ne Tolle Sache Bin wieder im Plus Bis dann Harry Danke fürs Reinschauen Ne Viel Erfolg Maximale Erfolge Sagt man ja so schön Isomniak Hab ich dir jetzt schon gedankt Ich war jetzt so durcheinander Mit dem ganzen geludelt Ne Ich mach so doppelt hält besser Weißt du Fien Fien Dafür ein Sub Nochmal In Klammern Lebt der Erfinder des Rasenmeers Eigentlich noch Ja in unseren Gedanken In unseren Gedanken Boah jetzt werde ich auch gepordelt Das ist nett Dankeschön Dankeschön Ich wollte eh lieber rechts stehen Ne Das ist so ein ewiger Kreislauf Ne Schöne Sache Ah Lifehack 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 Wenn man sich nicht wäscht Hat man beim Einkaufen Und in der Bahn genug Platz Das ist wohl so Ne Das ist wohl so Wobei so ein gut gestylter Penner Ne Und noch mit Nudeln im Bad Der seine Pfandflaschen wegbringt Im nächstbesten Automaten Das kann ja auch was Erfrischendes sein Ne Damit man weiß Wie gut man es weiß Und ich zu Hause hat Oder so Das kann ja auch was Bereicherndes sein Da darf man Da darf man ja nicht einfach unterschlagen Ne Zockna Verlöchen Ja alles gut soweit Ne Bisschen kalt um die Füße Ja Bisschen frisch Aber gut Besser als zu warm Ne Was willst du machen So Kein Loot Geil 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 Was haben wir denn hier schönes Zeig mal her Das ist aber prächtiger Loot Ne Umhänge hier An diese schönen Umhänge Ich raste aus Kuda Hallöchen Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so spät Wie lang das auch her ist Ne Pauschen Panther mit der blauen Elise und so Ah das war auch immer toll Auf jeden Fall Das waren auch so Zeichentricksachen Da konnte mein Vater sogar immer noch mitlachen Aber gut Mein Vater hat auch Spongebob und so mitgeguckt Insofern Schwierig Schwierig das jetzt besonders rauszustellen Telar Dankeschön Für Telar ist immer sehr flitzend unterwegs Ne Telar ist wirklich schnell Das muss man sagen Er bleibt ungern stehen Mein Kuda Vielen Dank für diesen schönen Umhang Hatte ich auch noch nicht Danke 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 auch an Pain OG Für deinen Sub und deinen Support Schön dass du da bist Freut mich Danke danke Juli Botanica Und dann sind wir schon Richtung Großes und Ende unterwegs Ne Freunde so schnell kann das gehen hier Der Mönch aus dem Chat wollte die Wo ist er denn Zeig mal Oder haben wir nur einen anderen Mönch Tina Ist Tina der andere Mönch Ja dann suche ich mal Tina Wo ist denn Tina Tina Irgendwo hier Bei Bibi bestimmt Ne Ich werde sie finden Das ist meine Personal Quest Tina an diese Schultern zu geben Ich werde alles geben auf dieser Quest Pass auf Vielleicht ist sie schon in Range Ist sie schon Pass auf Wir handeln mal gut gelaunt an Und sie ist weg Und sie ist weg Ja Und bitte machen sie Platz für morgens Die Schultern auf ihrer Bank haben So Ne ich bin auch Mönch Tina Was ist passiert Ihr macht mich fertig Freunde Ihr macht mich wirklich fertig Ich muss das ganz klar dazu sagen Tina wir werden uns im Midi Bereich doch sehen Oder Oder kommen sie da jetzt Sie muss ja der andere grüne Punkt sein Ja Wunderbar Jetzt muss ich nur die Schultern finden Freunde Es kann sich nur noch um Stunden handeln Da sind sie Pass auf So So Wir haben es geschafft Tina wir haben es geschafft Toll Toll Wir haben es hinbekommen Freunde Ich raste aus Virtual Ace Mein guter Zwei Monate Vor Sauerfang Oder Sauerfang Und Zappi Boy Und auch Mini Ohrs Für fünf Monate Vielen vielen Dank Freunde Für eure Saps Und euren Support So Bosspool ist da Der Loot wurde verteilt Wir haben gelernt Dass Schorken keine Mönche sind Außer sie wollen es Und es ist wieder Es ist wieder ein großer Lehrreich aus Stream Es ist wirklich so Smoky Guten Mittwoch Ja moin Wünsche ich auch Kellernass Hi Bei dem was Burger King Bei McDonalds Habe ich im Salat Eine schöne Kakerlake gefunden Boah Nee nee Aber das ist auch Das ist Next Level Ekelhaft oder Also Wir kennen so diese ganzen Gerüchte Von wegen Weiß ich nicht Bei Dönerladen XY Jissen sie in eine Soße Oder schneiden in ihren Zwiebelsalat Irgendwie Fußnägel rein Oder so Aber bei Käfern Oder Bei ganzen Käfern Junge Da hört es auf Oder Also das ist Nee das muss nicht sein Und da kann man sich auch Nicht mehr schönreden Wirklich Ist so Wann stirbt ein Mensch Wenn er schon Random Baiter Zitat hier Okay wunderbar Kann ich aber nicht rüberbringen Das ist so ein Zitat Das möchte ich nicht mal aussprechen Das ist ganz ganz fraurig Träne wegwisch Und Kirschblütenaroma In den Schneelad Und so Ja ganz ganz klar Funfact am Rande Der Erfinder des Rasenmeers Namens Edwin Beard Budding Ja der heißt so Könnt googlen Ist letztens an einem Herzinfarkt gestorben Er hat sich selbst gegoogelt Und hat die scheiße Uh Hose Ist das meine Hose Ist nicht meine Hose Die habe ich außerdem schon Aber hat sie so immer nicht Toll Er hat bestimmt Mal sich selber gegoogelt Und hat dann meine Miesen Berufsschulparts gefunden Und dachte dann Ne Also so ein Scheiß Mach ich hier schon mal Gar nicht mit So ein Scheiß Mach ich hier schon mal Gar nicht mit By the way Ihr habt gar nicht gesehen Ob es alle mitbekommen haben Das Twitter Giveaway Für die drei Captain Crackers Ne Diese nice Papageien Die auch auf der Schulter Sitzen können Wie ich heute gelernt habe Ähm Die ist alles auch vorbei Ne Wir haben feinste Feinste Temox bekommen Vielen Dank nochmal An alle die mitgemacht haben Und auch da haben wir jetzt Feinste Gewinner Toll Dark Flausch Hallöchen Wie fancy der Gleichgewicht Der Kräfte Skin Zu dem Set Pass Ja es ist einfach ein Traum Es ist wirklich ein Traum Dass sie Zumindest Wenn nicht immer passend Aber doch In ihrem Eifer Des unendlichen Artefakt Skin Designs Doch ab und zu mal Einen gefunden haben Der den verfickten Grünen Papageien hat Gib mir den Du Hund Mann ich wäre auch Insel Expedition Mauns Ich kriege ab und zu Pads und grüne Hüte Die ich für 500 Gold Verkaufen kann Danke für nichts Blizzard Ne Und da muss man echt schauen Aber es gibt schöne Skins Zu schönen Sets Passen Das ist wirklich so Dieser Schock ist echt schwer Ist so Pilger Hallöchen Moin moin Nur für kurze Zeit Mit ganzen Käfern Ja erst gab es Keksteig Jetzt gibt es Käferteile Ne Wir haben mal die Küche gefegt Und das gibt es auch als Eis Da gibt es bestimmt auch genug Leute Die das verkaufen würden Mir kam gestern aber auch der Gedanke Freunde Wie schwer es eigentlich sein muss So in einer McDonalds Oder in einer Burger King Oder sonst was KFC Marketingabteilung zu arbeiten Ne Wenn es jetzt heißt so Wenn der Chef kommt und sagt Freunde Wir brauchen mal eine neue Kampagne Um unsere Marke noch bekannter zu machen Dann bist du doch am Arsch Dann kannst du doch gehen Dann kannst du doch sagen So wir drücken jetzt Richtig fancy Tüten Die es jeder Hipster und Student umhängt Oder seine Bücher mitträgt So richtig fancy Aus umweltverträglichen Stoffen Und schön die Logos vorne drauf So Aber egal was du machst Deswegen werden doch nicht mehr oder weniger Menschen McDonalds kennen Oder So das Das finde ich ganz ganz schwierig So bei größeren Produkten Und Ketten Das ist immer toll So Werbungen Und hey Und toll Aber So in Sachen Markenbekanntheit steigern Dann bist du doch irgendwann Ich meine gut Dann kannst du einen in Afrika starten Oder so Ja geil Dann machst du dann irgendwie Schmutzige Wasserpfützen Mit McDonalds Logo Oder so Wo du denkst Oh geil Das ist heimisch vertrautes Weiß ich nicht Produktdesign Ja Total geil Aber irgendwann hörst du einfach auf Da kannst du kreativ sein Wie Fick Oder suizidar Wie Fick Das geht auch Moin Das ist Das ist leider kein Babyschwimmbecken Auch wenn es so aussieht Kennt doch noch früher Im schönen Schwimmbad Diese Babyschwimmbecken Die immer pisswarm waren Ratet mal warum Tolle Sache Käfer im Salat Und Spucke und Wichse im Essen Von Jelbkritiker und PS Die neue Staffel hat begonnen Die neue Staffel hat begonnen Siehste Good to know Good to know Good to know Nomnom Hallöchen Moin Was ist das Recht Was ich hier immer wegklicke Diese Anzeige Das ist ATT All the things Das zeigt dir alles an Also wirklich alles Was du noch nicht hast Wenn du das Ding an hast Und loxst dir einen Dallaran ein Dann zeigt dir das alles an Essen, Erfolgen, Pads Sonst was Was du noch nicht hast Das ist loxst dir ein Addon Du musst wirklich so gefühlt Alles sammeln wollen Oder in der Lage sein Das einfach auszublenden Geistig ab einem bestimmten Punkt Sonst stirbst du an diesem Addon Ja All the things Das heißt das Shino Hallöchen Moin Das Zitat habe ich nur eingefühlt Weil die Frage kam Lebt der Erfindung des Rasenmärmsen Oh Nice try Ihr Pisser Alter Ihr Reudigen Mann Und du Ja in unsere Ah Okay Ja das passt natürlich Das stimmt Das passt Das passt So Katgar Wir sind schon bei Elisande Wir fliegen ja wieder durch Junge Der grüne Papagei Da fliegt ja mein Mount Ja Das freut mich auch voll für euch Freunde Das freut mich auch mega für euch Dass ihr den Mountluck habt Ähm Ich bin auch immer noch so ein bisschen So ein bisschen befangen In Sachen Insel Expedition Zum einen Ja gut man kriegt Loot Das ist toll Zum anderen Ja man kann auch schön leveln Aber ganz ehrlich Wer will denn schnell leveln Wenn er dann nicht mal einen einzelnen Flugpunkt hat Und auch kein Gear Ja Das ist ein schwieriger Kompromiss Meiner Meinung nach Weil ich kotze schon Wenn mir bei einem Twink Auch nur einen Flugpunkt In Voldun fehlt Oder so ne Dann lasse ich manchmal schon Eine geargebende Weltquest liegen Weil ich keinen Bock habe Dahin zu reiten So das ist auch problematisch Und weiß ich nicht Irgendwie Ich bin noch nicht richtig warm Mit Insel Expeditionen Also ich mach schon auch auf Main Ich mach auch mal auf den Twink Ich hab auch Bock auf den Loot Und so Aber irgendwie Boah weiß ich nicht Allein an dieser eine Random Den man hat Wenn man zu zweit macht Cherokee Hallöchen Dieser eine Random Der dann irgendwie Die halbe Insel zusammenpult Und dann alleine stirbt Oder dann flamet Oder irgendeinen Scheiß macht Und irgendwie die Alice ständig angreift Oder so ne Oh Das ist Das gibt mir so eine So eine ganz chronische Unlust Ja Irgendwie Ganz ganz traurig Dante Hallöchen Mein Vater hat sich gerade Über deine Stimme lustig gemacht Mit Ossi Witzen Beste Grüße an deinen Vater Ne Wir reden weiter Wenn er sich Trabi leisten kann Hahaha So sieht es nämlich aus Ne Ganz ganz schwierig Solange der Käfer glutenfrei ist Ja das ist auch richtig Ne Das ist auf jeden Fall auch richtig Geht meistens da nicht mehr um Beliebtheit steigern Sondern um Beliebtheit steigern Das ist natürlich richtig Ja Das ist natürlich richtig Oder einfach um ins Gedächtnis rufen Oder wenn du irgendeine Weiß ich nicht Gutscheinaktion damit verbindest Oder irgendeine Spendenkampagne Ne Ist natürlich auch richtig Aber den Aspekt habe ich ja nicht angesprochen Ne So es muss ja trotzdem Immer noch irgendwie dein Ziel sein So gerade die neuen Generationen Zu erschließen Ne Das muss ja auch am Start sein Hinkel Ja moin Grüße gehen raus War doch Flo Hallöchen Das muss natürlich trotzdem auch ein Ziel sein Ne Das stagniert zwar irgendwann klar Aber auch nicht dauerhaft Oder soll das zumindest nicht Aber du hast recht klar Deswegen kann man dann in anderen Bereichen weiter gucken Ne Grüße an alle BWL Studenten an dieser Stelle Schön 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 Musst du jetzt eigentlich deinen Stream Mit Hashtag Werbung kennzeichnen So oft wie du Meckes erwähnt hast Das ist eine schwierige Frage Ne Dass Spoonie da ist Wird sie euch die beantworten können Spoonie hallöchen Moin 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 Fans kommen ist auch da Hi Machst du noch eine Runde Nachtfestung Ne noch eine Runde Nachtfestung Nicht wir machen Albtraum auf jeden Fall Brauchst du das Handgelenk für den Mönch Ähm Das kann ich dir sofort sagen Ja brauche ich Handgelenk brauche ich Handschuh brauche ich noch Und Stiefel brauche ich noch So sieht es nämlich aus Der Bausch Der Cheerleader Hallöchen Du was hast du denn da jetzt Für ein schönes Icon Guck mal Boah Explosiv Digga Danke für deinen Cheer Support Ja Grüße gehen raus Ja brauche ich noch tatsächlich Brauche ich Brauche ich Brauche ich Dankeschön Tina Nice one Läuft Zwei Sachen noch Aber das sind auch essentielle Sachen Das sind Handschuhe und Stiefel Ne die braucht man schon Hier guck mal hier mit diesen schönen Orbs Und hier mit diesen Schönen kriegermäßigen Boots Die braucht man schon Na auf jeden Fall Level mit einem Kumpel Eine Hunter Kombi Quickscope und Nosecope Ja genau das Genau das ist es Genau daher kommen auch die meisten Meiner Namen Wie gesagt von Spinatbär über Opas Katze Bisschen Ja so ziemlich alles eigentlich Ja Selbst Spänis und Spagina Haben wir zusammengelevelt Ja also jeder meiner Namen Hängt eigentlich echt mit Dem man zusammen Mit dem ich das zusammengelevelt habe Ja weil wirklich mein ganzer Freundeskreis Der engere Freundeskreis Da hat halt jeder gezockt Mehr mal weniger Ja wenn die dann wieder kamen Weil ich so ziemlich der Einzige war Der halt durchgehend gesuchtet hat Dann haben wir erstmal Ein Char losgelevelt um zu gucken Was auch im Low-Bereich neu Ja was können die Abstücke Und ein bisschen PvP mit rein und so Und das war dann immer so Das Reinspielen Bevor es dann weiterging Ja und darum habe ich auch So viele Chars So viele Servern Mit teilweise sehr schwer Zu erschließenden Namen stellen Gibt ein Video Dass wir die Expedition Ehe alle falsch machen Ja die sprießen momentan Auch aus dem Boden Ich dachte erst Das ist doch wieder Komplett blöder Clickbait Aber nein Von Fansites bis Content Creators Sämtlicher Art Versuchen momentan Die Insel Expedition Möglichst zu erschließen Und sei es nur Damit sie uns weniger abfacken Damit es auch mal Ein bisschen mehr Loot gibt Oder so Haben wir einen Char auf Erida Erstellt und levelt in den Zoo Haben wir die Möglichkeit Deiner Gilde beizutreten Ja du musst einfach Irgendwenn anschreiben Im einfachsten Chat-Command Slash-Ware-Crafts-Army Dann hast du die Online-Mitgliederliste Und dann fragst du einfach an Und solange wir nicht voll sind Ähm War es hoffentlich nicht Oh Ein Platz ist noch frei Dann muss ich nachher wieder kicken Aber mache ich auch regelmäßig Damit der Mitgliederflow Konstant bleiben kann Dann wirst du in der Regel Auch eingeladen Ne Ansonsten dann irgendwie Nochmal einen Tag später Oder so Aber das ist eigentlich kein Problem Rein kommt erstmal jeder Ne Raus gehen wenige Ja bis jetzt wirklich Wenig Vollidioten dabei Das muss man mal dazu sagen Quell der Nacht war es Ne Attacke ihr Freunde Gul'dan-Mount bitte Ne die muss ja nicht Heimansitze und Ferienresidenzen Müssen nicht gekennzeichnet werden So da haben wir uns Von der Fachfrau gehört Ja Kein Problem Vom Fachlöffel Easy Games Ich auch gerade der Shit Oder sieht krass aus Jetzt ist es wieder weg Jetzt hast du bei mir Wieder die Eins Eben hast du so ein Achso du kannst das aussuchen Glaube ich irgendwo Ne Unten bei diesem Zahnrad Freunde Das kennen vielleicht auch Die wenigsten Unten bei dem Zahnrad Konnte man irgendwo Seine Symbole Verwalten Ne Da kann ich mir aussuchen Ob ich diesen coolen Twitch-Partner-Haken mache Ja Dass wenn ich irgendwo reinkomme In Steam gleich sage Hier guck mal Hi bin Partner Geil Ja oder ob ich Was anderes da will Ne Das ist verwaltbar Schön 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 Jetzt verstehe ich Spänes erst Ja Spänes und Spagina Ne Es kann so einfach sein Freunde Es kann so einfach sein Was ja Nein ich hatte den schon Ach Telamen Stela hat es heute auch nicht einfach Ne Das muss man wohl dazu sagen Das muss man wohl dazu sagen Gul'dan Mount heute dabei Das call ich jetzt Ja das freut mich auch du Das freut mich wirklich Weil es ist auch nötig Es ist an der Zeit Dass das Mount drop Sind denn alle da Ich bin mir unsicher Wer fehlt denn Star fehlt Ne Star ist jetzt auch da Ja es ist auch Es ist auch ein bisschen Verwirrend hier teilweise Ne Dann muss man dazu sagen Dieses ganze hin und her Geporte und gelaufe und gemache Oder Schön ist das nicht Versuchen ja seit langen Ne seit Tagen Auf 1,4 Arena hochzukriechen Du als PvP Bro hast da sicher Tipps Ähm Nö Gar nicht So gerade rated PvP Habe ich irgendwie zu Rest of the League Gegen mal eine Runde mit Survival Hunter Schurke Und später dann mit Doppel Blut Dekar Ähm Gemacht Und zwar mit meinem Vater Und das ist meine Rated Arena Erfahrung Ne Ich kommentiere das gern Aber frag mich nicht Wie die kommentierten Gameplays zustande gekommen sind Letztendlich Ne Da kann ich dir leider Wirklich gar nicht Weiterhelfen Weil ich weiß zwar In der Theorie ganz gut Was ich da mache Aber in der Praxis Ne Hat das schon einen Grund Warum ich kein Rating spiele Hat das Hat das schon seinen Grund Ne Ey Dante Diggi Haut hier Schöne Bombe rein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Lauf das Schön die Lasermatrix Geprockt vom Uldir Azerit Sehr nice Freunde Während von Samdi Uns verwöhnt Mensch Dante Vielen vielen Dank Für deine feine Subbombe Hier Mensch Danke danke Für deinen Support Grüße gehen raus Schön Der von Samdi Freunde Menge Deals hier heute verteilt Während wir Ready sind Für Illidan Hat der eigentlich Eine schöne Ausbruchanimation Wir gucken uns das mal an Schön 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 Ja der sieht cooler aus Als die Goldene 1 Oder muss man sagen Muss sagen Hab deine Streams vermisst Einfach gut Mach weiter so Das freut mich sehr Das freut mich sehr Danke Ikane Hallöchen Da ist er Da ist er Da ist er So Unser Loa des Todes Er hat reichlich Neue Seelen In sein Reich eingeladen Freunde Oh 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 So schnell kann das gehen Will auch Kabaya Kirayon Sehr schön Ja feinste Gönnung Vielen vielen Dank So einmal Illidan Umholzen bitte Und dann Ich finde das immer noch schön Dass er hier in so einer Lilanen Super Dämon Form Voller Kontrast Mit den Kriegskleben Trotzdem kämpft Und gleich noch dieser Asinor Dämon Dazukommen Ne Das ist Das ist storymäßig Schon höchst interessant Durchgedacht Ne Weil wer kennt ihn nicht Den lila Illidan Aus der Nachbarschaft Die freundliche Spinne Nice Der hat eine riesige Bombe Neigespaß Ja so kann es auch Geil sein So kann es natürlich auch sein Schwierig Missbelastung So Freunde Gul'dan Mount bitte Komm zieh das jetzt mal Gamaschen Beinplatten Destillat Brust Zerschmettert Ring Ne das ist alles Also das ist zwar Volgens Hauer Den er an der Küste verloren hat Aber ein Mount Freund das sieht immer noch so aus Irgendwann klappt das Irgendwann klappt das Auf jeden Fall Danke Tela Für diesen schönen Ring Des ausgelöschten Clans Vorne So im Anschluss Im Anschluss Sammeln wir die Seenfragen Machen wir jetzt noch Albtraum Mythic Ähm Und am Ende Dieses Albtraum Mythic Runs Machen wir wieder ein Buch Giveaway Das heißt Ja wer jetzt Wer beim Buch Giveaway Noch am Albtraum interessiert ist Wer kann jetzt rausgehen Damit Platz ist für Leute Die da noch zum Beispiel Bock drauf haben Hose hab ich schon Tina Dankeschön Danke oder hab ich eine bekommen Ne die war nicht vom Set Ne Hose hab ich Danke 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 Und ansonsten Gehen wir jetzt Albtraum Und machen am Ende Dann wieder eine Runde Zehn Fakten mit Buch Giveaway Am Ende Ja insofern Kann ich auch dich anvispern Äh Kannst du auch machen Ähm Mache ich allerdings sehr ungern im Stream Ne Aber da wir jetzt voll sind Ist es nicht das Problem Weil dann eh keiner mehr eingeladen werden kann Bis ich kicke Insofern ja Kannst du an sich auch machen Ne ist kein Problem Gut Ich wäre jetzt fast aus Reflex Wieder selber rausgegangen Ne Es ist ganz ganz traurig mit mir auch Schwierig Warum hast du als Abosound nicht A turtle made it to the water Es wäre so Es wäre so irgendwie Ne Ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt Es gab eine schöne Einen schönen Doku Post Von National Geographic Oder wie das heißt Oder von den Leuten Die immer unsere Erde Filme machen Und so weiter Ne Und auch von Schildkröten Die das Wasser erreichen Und die ersten 5 Top Kommentare Auf Facebook waren auch Mit Schildkröten Die es ins Wasser schaffen Tolle Sache Was Geschmissen heißt das Herrgott Sponni Du bist jetzt nicht mehr in Bayern Du musst dich jetzt langsam Auch zusammenreißen Das ist einfach so Das ist einfach wirklich so So Die ersten gehen raus Die ersten wollen rein Das ist okay Wir warten noch einen Moment Wenn ich dann gelandet bin Richtung Valschara Dann geht die Gruppe wieder auf Wir haben zumindest schon mal Drei Plätze frei Für Leute Die noch mitkommen wollen Was bekommt man? Ein Buch Ja und zwar habe ich nochmal Den schönen Comic In der Hardcover Variante Der Der Neuauflage Wer nicht weise Von dieser Mann redet Der guckt zu selten Diesen Stream Ja denn dieser Mann Redet natürlich von den Xavius Schultern Und das Freunde Boy Also das ist Wer hier jetzt nicht mit dem Lederträger mitkommt Dem kann man nicht helfen Gebt euch die Gebt euch die Schuldern Boys Ja wer jetzt sagt Boah ich habe was anderes zu tun Ich kann hier Albtraum Müssig mit Da kann ich echt nur sagen Ja du Selber schuld Ja Selber schuld Wirklich Wenn Spoonie wen einlädt Hörst du das We have a deal Ist so Ist so Ist so Ist so Der Bayer kann raus Aus Bayern Aber Bayern kann nie Aus dem Bayern raus Egal wo er hingeht Das stimmt wohl Du kriegst was Ghetto einfach nicht Aus dem Löffel Das ist wirklich so So Freunde Hat den Herzen Haben wir was geschrieben Und ist der Mann einfach Offline So aus Prinzip Ich weiß es gar nicht Wir warten noch einen Moment Ansonsten haben wir Vielleicht vier Plätze frei Ja wer weiß Wir haben uns gestern Bei der Stadt angemeldet Und eine nette Dame schaut Aha Ausland Also im Moment Anderes Formular Und fängt an zu lachen Ja die Diskriminierung Sie ist da Serdar so Mundschuh Hat so schön gesagt Es muss flächendeckend Diskriminiert werden Ja Dann kann sich nämlich Auch keiner mehr aufregen Und ans Bein gepisst fühlen Ja Jede Minderheit hat auch Ein Recht auf Diskriminierung Und das ist ja auch so Ne Ganz ganz klar Gut Freunde der Nacht Ich würde sagen Wir machen dann nochmal Eine Gruppe auf Die ganze heißt wieder Bei Benutzer definiert PvE zu finden Eurer Server ist egal Darum machen wir es Über dieses Dungeon Tool Ihr müsst euch nur Als Hordler mit Entsprechendem Level anmelden Ja und auch nicht mal Item Level Das ist bei so einem Alten Ramsch Raid Eigentlich Egal Jacke wie Hose Sagt Pierre der Franzose Ne Ist so herzenamer Ich bin raus Alles klar Dann haben wir Dann haben wir vier Plätze frei Wunderbar Okay Hallöchen Ich grüße dich So Wo fliege ich denn lang Junge So lange nicht Albträume gemacht Freunde Fast eine ganze Woche Fast eine ganze Woche Ist es her Meine Güte Tauli Wie lange ist es her Dass du schön einen durchgezogen hast Zehn Minuten Schön South Park Es muss wieder mehr geschaut werden Es ist wirklich so Bayern will jetzt ein eigenes Raumfahrtprogramm starten Und damit an Europas Spitze Das klingt höchst interessant Oh ich kriege sogar einen Port hier Wunderbar Freunde Dankeschön Dann geht jetzt Gruppe Löh auf Und dann Attacke Ja also Ich würde wollen Dass sie aufgeht Aber der Tool hat mal wieder Keinen Bock auf uns Ne Du siehst ja City Hallöchen 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 Alles wird gut Spoonie Irgendwann vielleicht Die Hoffnung darf halt nicht aufgegeben werden So da kommen die Lederträger So wir haben Voidy Wir haben den Schurken Sven Wir haben noch ein Plätzchen für Keldern Und wir haben Rarity noch mit drin Sehe ich das richtig Jawohl Freunde Mehr passen leider auch nicht rein Es tut mir leid Käsetot im Alter Säurehammer Coole Namen dabei Blutjägerin Ohne Sonderzeichen Gucke an Schön schön Freunde Ja leider Trotzdem passen nur 20 rein Es tut mir leid I'm so sorry Schwierig bis belassen Brüder Ihr wisst Bescheid Judy Gruppe ist voll Aber nicht verzagen Nächstes Mal fragen Wir machen das ja nur Ich will nicht sagen regelmäßig Aber schon regelmäßig Sein Vater Na das ist tatsächlich so Hab keine Lust mehr Ja ist ja dein gutes Recht War ja auch ein anstrengender Run Da kann man ruhig auch mal abschalten Sich zurücklehnen Und sagen Halt stopp Jetzt rede ich Haben wir wieder einen Schurken dabei Äh einen Schurken Tellar Wobei der ist ja Monk Haben wir gelernt Einen Hexer Ich sehe gar keinen mehr Das heißt wir müssen draußen Porten Da fühlt er dann Kein Weg dran vorbei Liebe Leute Auch hier wie immer Gerade bei den Portalen Denkt bitte dran Nicht jeder kennt diesen Raid in und auswendig So wie wir Deswegen vor den Bossen Bitte wirklich warten Dass alle da sind Und dann pullen Ja die 1-2 Minuten Die wir dann vielleicht mal warten müssen Die bringen dann auch keinen mehr um So ich gucke nochmal ob wir alle da haben Der Garten der Loa Das ist noch ein bisschen weit weg Ja der gute Dani Aber der hängt vielleicht auch noch wieder In einem von 20 Loading Screens Das ist das Ding dabei Das ist das Ding Albtraum 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 Das sieht soweit ganz gut aus Raid da war noch irgendwas Bazar Woidi Der gute Woidlord Der kocht da schon wieder auf dem Bazar rum Ne Ich raste aus Habe endlich mal Teil was ich brauche Ein 385er Kopf bekommen Leider nicht bis Aber besser als meine zur Zeit Was sagst du da Zum M Plus Loot Dass man keine Arztrie-Teile Nicht bekommt Nur aus der Weekly oder Raid Finde ich eigentlich okay Weil du das ja sonst Nahezu endlos upgrinden könntest Bis du dann irgendwie Das Teil mit deinem Bistanz hast Ich finde das gibt dem Ganzen Ein bisschen mehr Ja Freiraum Weiß ich nicht Freiraum für alle Beziehungsweise Letztendlich im Umkehrschluss Weniger Druck dann Ja dass du nicht 24x7 jetzt quasi Diese Bistinger abfarmen kannst Bis zum geht nicht mehr Insofern Ja finde ich voll okay Weil ich finde In BFA haben wir genug Möglichkeiten Irgendwas bis zum geht nicht mehr abzufarmen Und seien es nur irgendwelche Erzruten Insofern finde ich voll okay Der olle Söder Ja ordentlich absödernd Ne Das ist so Lackig des Jahrtausens Der gute Söder Kenne ich auch nur von diversen Memes Den guten Mann Hab wenig zu tun mit ihm Man sieht es kaum Doch es ist Man sieht es kaum Und man glaubt es auch kaum Doch es ist die Wahrheit Wenn gleich jemand von dem Bücher Giveaway lief Füllst du dann auf Boah schwierig Schwierig eigentlich nicht Weil ich das ja so ein bisschen Auch als erstes Als erstes Aussortieren schon nehme Ne das sollen ja jetzt Endlich Aussortierungsprozesse sein Um am Ende dann das zu verrollen Auch irgendwo Davon abgesehen Danach wird es auch wieder welche geben Ja wo der ganze Chat auch mitmachen kann Ja also es ist ja immer So ein bisschen gesplittet Insofern soll das ja schon mal So ein erstes kleines Auswahlverfahren sein Und ob ich das jetzt mit dem Chatbot mache Oder so ingame übers Tool Glaube ist letztendlich Sehr sehr lul Ja um es mit Goethe zu sagen Safecall Wenn jemand die Xavioschur dann bekommt Dann zahle ich bei dir Für ein Jahr rein Oh Freunde Bonus Rollt euch mal die Scheiße aus dem Leib Liebe Lederträger Hätte fast Jägerträger gesagt Gibt es sowas auch Bestimmt ne Sind denn alle da Kann ich mal so ein Ready Check machen Hier guck mal Bereitschaft Wir gucken mal Wir finden das gemeinsam raus Seras Drei Monate Vielen vielen Dank Für deinen Sub und deinen Support Grüße gehen raus So wer fehlt denn Woidi Was ist mit dem Mann Wo ist der denn Er steht doch hier Der schreibt doch schon wieder Irgendeinen Käse Warum ist der nicht ready der Hund Ah jetzt hast du einen blauen Frosch Ja siehste Ben Grimm Hallöchen So ist der Aufstieg Alle sind ready Na dann Freunde Dann Attacke Was ist mit dem Pfeil da hinten Ja es sind alle ready Let's go Bam Fass auf den Kopf Und fertig ist die Laube Easy Game Oder Easy Game Kommt danach noch ein Run Schwierig Wir müssen gucken wie es zeitlich aussieht Ich hab ja kein großes Zeitgefühl Das werden wir dann sehen Wie es nach dem Giveaway aussieht Ob sich da noch groß was lohnt Und je nachdem Machen wir das dann fest oder auch nicht So nichts Fan dran Nichts Kanzel Down ist die Sau Freunde Denk dran Albtraum Ihr könnt ihr nur Pets droppen Ihr könnt ihr nur diese geilen Xavius Schultern droppen Ihr könnt auch Hidden Skins droppen Für Bärchen Für Survival Hunter Für Schattenpriester Für Heelmönch Also Albtraum ist schon einer der Raids Der lohnt sich schon abzufarmen Ja und die Teile die ihr droppen Das sind ja auch Lookalike Non-Set Pieces Von den Nachtfestungssets Ja also Das ist schon lohnenswert Möchte ich mal Ja das ist schon wirklich lohnenswert Off exciting Hallöchen Grüß gehen raus Wenn die Schultern droppen Und ich sie gehandelt bekomme Gibt es ein Essen von mir umsonst Oh Das ist natürlich schwierig Das ist natürlich schwierig Dann gibt es so schöne Currywurst Schöne Currywurst In einem Weiß ich nicht In einem Blätterteigmandel Richtig fancy Sehr sehr gut Aber ernst Wenn ich mein Gehalt bekomme Ah ok So wird der Schuh draus So wird dann der Schuh draus Egal wie dicht du bist Goethe war Dichter Das ist wohl wahr Das ist auch eine Gegebenheit Die wohl immer bleiben wird Und ein Joke Der wohl durch sämtliche Klassenzimmer Der fünften Klassen Dieser Länder schallen wird Sobald der deutsche Nachricht losgeht Das ist einfach eine Gegebenheit Das ist einfach eine Gegebenheit Und die wird auch so Bleiben Ladebildschirmen Tatsächlich war das Ah siehste Freunde Boah Also manchmal Manchmal tun mir eure Rechner Auch wirklich leid Manchmal tut ihr mir leid Manchmal euer Rechner Es ist so ein Es ist so ein großes Weiß ich nicht So ein großes Nächstenliebendes Miteinander leiden Ja wirklich Wenn ich manchmal Die Ladescreene sehe Ah ne Ich kann das auch gar nicht mehr Ich müsste mich wirklich Wenn mein PC jetzt auseinanderfällt Ich müsste mich Grenzenlos verschulden Einfach um schnellstmöglich Wieder zocken zu können Boah das geht gar nicht mehr Ich hatte ja am Anfang Als ich WoW das erste Mal Gespielt habe Da hatte ich einen Rechner Da lief nicht mal Herr der Ringe Schlacht Mitte Erde 1 oder 2 Richtig Und als ich dann Mit meinem ersten Char Von meinem Cousin Als ich gerade Level 3 Mit meinem Nachtelfen Hunter Main damals war Mein Main Level 3 Als ich dann Nach Sturmbind geportet wurde Schaffte das meine Graker Und meinen Treiber Alles gar nicht Und ich konnte den Char Nicht mehr spielen Weil sobald ich in Sturmbind Eingelockt bin Ist alles gefreezed Es ging gar nicht Es hat nicht mal Der Versammlungsstein Whatever geladen Und das war das erste Richtig schnelle Grafikkartenupdate Was ich dann auch hatte Wo ich dann Mein Geburtstagsgeschenk Quasi vorziehen musste Damit ich WoW Weiterspielen kann Hab dann natürlich In der Zwischenzeit Noch einen Krieger gelevelt Aber dann wieder Weg zum Hunter Und dann Sturmwind Leckfrei durchlaufen Mega alter Mega viel Das ist eh das Geilste Sich einzuloggen Und dann Einfach einen Ladescreen zu haben Der schnell ist Das ist so geil Das ist alles Geld Der Welt wert Ganz im Ernst Denkt dran Den Trash hier ruhig mitnehmen Denn wenn ihr Jemand in Fight Verbleibt Und doch nochmal Was mit dazu Poolen kann Dann warten wir Letztendlich ja Trotzdem alle Vorm nächsten Boss Deswegen Ruhig schön geschmeide Hier den Trash Down spielen Ansonsten würde es Hier wieder Nicht schneller Hinten ran Kann mir jemand sagen Wie das Elon heißt Was über Crafts Und Recount ist Dieses Fenster ist ATT All the things Das zeigt dir alles an Was du noch nicht hast Sobald du eine Stadt Betritt Was für Erfolge gibt Die du noch nicht hast Was es für Items gibt Von Essen und Trinken Über Klamotten Things heißt das Und zeigt dir wirklich Jeden Scheiß Fredon Danke dir für deinen Sub und deinen Support Schön dass du am Stisse bist Currywurst ist im Blätterteig Mantel Was Ja warum denn nicht So fancy Currywurst Oder nicht Schöne Blätterteigwurst Was weiß ich Was es alles gibt So die Karawane Zieht weiter Jawohl Die Leute kommen Kirayon Drei Monate Allianz wird rausgepatcht Na hoffentlich Oder vielen vielen Dank Auch an dich für deinen Sub Und deinen Support Silversurfer Hallöchen Mir ist bei Thorim Damals die Grafikkarte Geschmeißen Oh Thorim mit dem Blitzen Ui ja das muss auch Weh getan haben Aber es war halt an sich Schon mutig von mir Wenn ich nicht mal Herr der Ringe Schlacht Und Mittelerde 1 Was wirklich jetzt Keine grafische Bombe war Dann nach Sturmwind direkt Und das müsst ihr euch Habt vorstellen Das war mein erster Char Ich hab die ganze Zeit Nur Testaccount gespielt Oder mit dem von meinem Cousin Und er wollte mich dann halt Auch ingame sehen Und hat mich dann Mit seinem Hexer Und ein paar Freunden Nach Sturmwind gepordelt Und ich ersten Tag Erstes paar Stunden WoW Und dann konnte ich nicht Weiterspielen Weil ich Sturmwind nicht laden konnte Und dann saß du auch Vor deinem Rechner Und das hier nur Miep Ja das war gar nicht So geil in dem Moment So ich war dann Ein bisschen Piss Ja so ein kleines bisschen Irgendwie Keine Ahnung warum Hahahaha Kraft hast du eigentlich Schon von einem Fußballtrainer gehört Als er vorgestellt wurde Er hat gesagt Sein Sohn freut sich Da die bislang In einem Caf gewohnt haben Und das Internet So langsam war Habe ich nicht gehört Aber sehr ehrenhaft Hahahaha Sehr ehrenhaft Papa kannst du Fußballtrainer werden Bei einem großen Verein Dass wir uns ein schnelleres Internet leisten können Ja mein Sohn Alles für die Familie Und so ne Richtig nice Ja sehr ehrenhafte Aktion Auf jeden Fall Ich bin froh Dass mein PC Nicht aus Langeweile Ausgeht bei WoW Das ist auch schön Ne Das ist auch schön Auch wenn du so einen Rechner hast Der so heftig ist Ja Dass du aus Prinzip Damit der nicht einfriert Neben WoW Noch erstmal 20 andere Prozesse startest So Irgendwie Noch Crysis nebenbei laufen haben Noch irgendwas streamen dabei Ne Und weiß ich nicht Noch was rendern Toll Ne Dass der auch ein bisschen warm läuft Ja wie beim Auto Dass das Öl nicht einfriert Man kennt das Das eingefrorene Öl Ja Like wer es noch kennt Ich bin in der Ausbildung Das heißt selbst wenn ich Geld hätte Hätte ich kein Geld Life is paying Ja das ist immer schwierig Ne Weil die meisten auszubildenden Weil ich hab ja Ich hab ja Wo die anderen schon gearbeitet haben Und an der Ausbildung War dann hab ich Abi gemacht Dann hab ich zwei Jahre studiert Dann hab ich zwei Jahre Unentgeltliche Ausbildung Ne Also Deswegen kann ich das gar nicht unterschreiben Ja weil ich hatte nie Geld Ja ich hatte einfach nie Geld So also Außer YouTube Twitch gedönst Dann halt Aber was zu diesem Zeitpunkt Halt wirklich ein Döner war Insofern Ne Kann ich das leider nicht so unterschreiben Weißt du wie das Erron heißt Wenn du ein Item bekommst Und die Wertung Und die erst alles anschaust Dann instant ein Bild Von dem Item daneben ist Wie es aussieht Sorry Deutsch ist nicht da Ähm Leider nicht Leider nicht Hab ich das Weiß gar nicht Ob ich das habe Man vergisst das dann so Im allgemeinen Spielflow Letztens hat mich auch Wer gefragt wie mein Interface ausblendet Ne Denkt ihr ich kam instant Auf alt Y Ne Weil das so ein Standard Move ist Ne Kam ich nicht drauf Konnte ich dem gar nicht sagen Äh Deswegen vielleicht weiß es Wäre ich leider nicht Wenn die Allianz rausgepatcht wird Wien hauen wir dann Auf den Kopf im PvP Ja ihr habt es ja gesehen Im letzten RBG Commentary Vom Heelmong Ne Kam glaube ich vor Vier, fünf Tagen Oder so Ne Ähm Dass es da die Möglichkeit gibt Auch gegen die andere Fraktionen Einfach zu kämpfen Ne Um so ein bisschen Ja man muss sich ja nicht immer töten Ne Oder halt doch Und man wird eh gerätzt Ne Und dann Attacke Ja Like von Steckdose Sehr gut Bruder Geburtstag Ganzen Tag Kuchenfutter Zuhause bleiben Adi Reset Und der Boy Stream Beste Tag Ja Rusty Dann alles Gute Ne Ich wünsche dir das Beste Vor allem Gesundheit Und Ja das ist einfach so Ne Das ist einfach wirklich so Mit dem Rest kann man immer irgendwie arbeiten Aber wenn man so richtig Richtig räudige Erkrankungen hat Ne Das will man nicht Das wünscht man auch wirklich keinem Insofern Ne Egal wie heftig ein PC ist Minecraft würde ihn kalt machen Das stimmt Ne Minecraft und Skyrim Einfach so lange modden Digga Bis es einfach eine Grafikstufe hat Die Die gar nicht existiert Weißt du Der einfach realer ist Als IRL Richtig krass Das ist dann so 8D Oder so Richtig krass Auf jeden Fall Döner haben oder nicht haben Ja natürlich Ja letztendlich War es schon geil So der Anfang So Machst du deinen YouTube WoW Let's Play Und konntest dir einen Döner von kaufen Ne War schon geil Weil du zockst Und kannst dir dann Von dem Level Einen Döner kaufen Das ist schon nice Ich finde Das ist auch Lernmotivation Ne Wenn Schulen Das Dieses System einfach übernehmen würden Und sagen So Wer jetzt hier eine bestimmte Anzahl Von Punkten hat Der kriegt dann nicht nur ein Abi Sondern Döner dazu Junge Da wären aber hier die Köpfe am Qualm Und nicht nur von dem Von dem Raucher aus der Raucherecke Ne Sondern auch hier Vom wunderbaren Lernprozess Und des Dönerwollens Ja Das sind natürlich Prozesse Die kennen wir Und die sind auch allgegenwärtig Das ist so Sage ich ja Ich hab auch nie Geld Und da Was Nie Geld da Achso Und ich will auch nach Österreich Und deine Freundin treffen Gönn dir Gönn dir Gönn dir Wunderbar 8D Kann man da auch Farben schmecken Ja es ist so ein monochromatischer Zustand Auch irgendwie Da wird dir dann für den 8D Ja Prozess Wird dir irgendwie noch so ein Metallrohr Durch die Nase ins Hirn gerammt Und ein bisschen Weiß ich nicht Der Hypothalamus Oder wie das Gedöns heißt So ein bisschen angekratzt So dass dann Farben schmecken Und die Geister deiner Vorfahren Weiß ich nicht Riechen kannst Ja Und dann ist das einfach eine ganz tolle Sache Das ist dann so Game Erlebnis 5.0 Ja Richtig geil Assassin's Creed Odyssey 4K 120 FPS Easy Ja Geil Ich glaub da müsste ich dauerhaft einfach kotzen Ich bin ja auch echt so eine Motion Sickness Mutti Ja Wir haben auch so Reisekrankheit Früher wenn wir in Urlaub gefahren sind Dann musste ich immer tausende Kaugummis kauen Oder irgendwann gab es dann auch so Tabletten gegen Magenbeschwerden Und noch Reiseübelkeit So Wurde mir einfach mega schlecht Ja Richtig mies Und das sag ich genauso bei Games Ich kann auch Skyrim und so Kann ich nicht zu lange First Person zocken Sonst muss ich einfach kotzen Oder Kopfschmerzen teilweise Ich musste mich teilweise hinlegen Als Skyrim rauskam Wir haben das gesuchtet Muss ich teilweise eine Stunde Pause mal mich hinlegen Richtig krank Es war total cool Macht richtig Spaß Alter Auf jeden Fall LOL ist rückwärts auch LOL Johnny B da hast du recht Wir kennen alle Diese Worte Die vor und rückwärts Es selber ergeben Sowas wie LOL Oder sowas wie Otto Oder auch sowas wie Mongo Gno Ja Das sind zum Beispiel drei Klassiker Die kennen wir alle Ja By the way Otto Walkis Hat das Bundesverdienstkreuz bekommen Und wenn das nicht wichtig ist Freunde Dann weiß ich aber auch nicht Das ist mal eine Ansage Kannst du Demo Hexer empfehlen Oder anderes Oder anderes Kann ich dir gar nicht sagen Weil ich meinen Hexer Noch nicht groß angefasst habe Bei uns im Raid Wird oft hin und her getingelt Zwischen Gebrechen und Destro Tatsächlich Und die machen auch ganz soliden Schaden Ich habe es jetzt in Raids Und im Plus Wirklich wenig Demo gesehen Was nicht zwangsweise Was heißen muss Aber meiner RIP Äh Meiner Erfahrung nach Ach der Shit wieder Okay Freunde Einmal alle in den Tod Bitte Einmal alle umbringen Geil Wunderbar Wir sind hier bei den Lemmingen Ähm Meiner Erfahrung nach Sehe ich Demo momentan recht selten Ne Aber Das muss wie gesagt Nicht viel heißen Wir haben aber Gott sei Dank Einige Hexer im Chat Die dazu bestimmt Bessere Auskunft geben können Geil oder Kann man irgendwie Die Lore zu Uldia nachlesen Ähm Ja sicherlich Wenn du es googelst Dann gibt es bestimmt Irgendeinen Forscherliga WoW Wiki Artikel Im Gahun Video Erzähle Oder das was wir eben In Compendium Und so finden Dann kommt das Video In dem du zugibst Ist dein Lieblingsspiel Nicht WoW Sondern Minecraft Ist Ja an jedem 1. April Der letzten Jahre Da kam ein Minecraft Let's Play Part Vom Ich weiß gar nicht mehr Wie ich da hieß Super Michi Gaming Oder so Ich weiß das gar nicht mehr Aber es gibt diverse Minecraft Let's Plays Auch auf meinem Kanal Die sind nur sehr gut versteckt Und auch sehr qualitativ Hochwertig gemacht Richtig gut auf jeden Fall Hearthstone Weiß Hallöchen Erstmal hier Erstmals hier Achso was mach ich nur Ja es ist völlig krank Das ist ganz schwierig Sich zu fragen Wie man hier gelandet ist Das ist eine der Großen Fragen der Welt Ja Manche sagen es ist Eine religiöse Frage Andere sagen es ist Rein psychisch Ja ganz ganz schwierige Sache Crackbite Moin Ja hi Ich will WoW in HD und VR Das wäre auch so ein Ding In First Person Hier dann so als Mong So rumkloppen Komplett mit den Fäusten Wenn du Rohrfäuste machst Musst du dir komplett Einen abzappeln So vorm Rechner Richtig lässig auf jeden Fall Oder wenn du ein Fass wirfst Oder Feuer ateln Dann musst du wirklich Deo Feuerzeug nehmen So mit der VR Brille Und Attacke Oder wenn du ein Fass wirfst Musst du wirklich ein VR Fass haben Neben dir so Was du stehen hast Was du dann so Durch dein Zimmer wirfst Und so Mongtank wäre schon geil Auf jeden Fall Ich glaube schon Diese komischen Blur Effekte ETC kann man aber Meist ausstellen Die nerven mich auch Ja das ist sowieso Ganz was Schlimmes Auch wenn du dich so schnell drehst Und alles leuchtet Boah ne Da könnte ich beim Gedanken Schon an Kopfschmerzen sterben Alter Ganz ganz traurig Ich spiele mir jetzt Ein Parler hoch Gute Entscheidung Ein Parler ist was schönes Was vielseitiges Das sieht schick aus Es leuchtet Oder Das kann man auf jeden Fall mal machen Das Wichtigste bei Otto Und dem Kreuz ist Es ist dabei mehrfach runtergefallen Das ist auch wichtig Sonst könnte man sich nicht sicher sein Dass es von Otto war Oder ist Um Gottes willen Wir müssen drin stehen bleiben In den Voids Denkt dran und macht das auch Wirklich Freunde Weil die Dots können uns Immer noch killen Grüße gehen raus An den letzten Run Auf jeden Fall Verkackte Musikmechanik Alter Ich raste aus So oder Lagerregal Oder Girafarig Ey Girafarig Wirklich Krass macht Sinn Ist mir nie aufgefallen Gut tun aus Ein Pokémon Und das hat so ein Ja wenn ich jetzt sage Ein Gesicht im Schwanz Dann hilft euch das wieder Nicht weiter Ihr perversen Hunde Ne das ist so Aber es ist die Wahrheit Es ist wirklich die Wahrheit Notfalls hat Noble Ehr ein 4-stündiges Lawview Parall Das stimmt auch Das stimmt wohl auch Wenn WoW-Wiki nichts dazu hat Dann hat Noble vermutlich Ein Video dazu Das ist richtig Ja das ist auch immer Eine gute mögliche Alternative Demo spielt sich einfach Extrem nervig Ist das so Ich erinnere mich Dass viele gerade am Anfang Meinen und auch in der Beta Das Demo extrem Spaß macht Und so Finde ich fast schade Dass sich das dann so wandelt Dass es dann vielleicht Zu nervig Zu aufwendig ist Dann für den höheren Konnte Wo man dann einfach Mit einfacheren Specs Oder so Mehr raushaut Ja das finde ich auch schade Vor allem denkt dran Wenn ihr euch was pullt Wenn diese Tentakel Gleich rumspritzen sollten Es ist doch nicht besser heute Dann die auch unbedingt machen Sonst haben wir hier wieder Einige mit einem Infight Bug Und so einen Scheiß Das hilft uns wieder Alles nicht weiter Was genau ist eine Wait Was genau ist eine Machinima Machinima ist so ein Wie nennt man es denn So ein Ja ein Produkttyp quasi Ja du kannst zum Beispiel Weiß ich nicht Ist jetzt nicht die richtige Kategorie Aber ein 3D Film haben Ein 2D Film Ja so von der Produktion her Du kannst ein Ähm Weiß ich Ich weiß nicht Was gibt es noch für Beispiele Das ist halt der Produktionstyp Eines Films Mit Machinima Elementen halt So mit diesen Charakteren Aus Model Viewer Oder so ein Kram Kann man das so erklären Ich finde es schwierig So ein ungreifbares Thema eigentlich Und das nennt sich in der Regel Machinima Ja ist einfach so ein Filmtyp Wie so ein Umsetzungstyp Ja eine Gestaltvariante Keine Ahnung So in dem Dreh Wurde ich das Spontan mal erklären Kam jetzt ein sehr schönes Auch wieder raus Auf Deutsch Wo einer die Die Warcraft Dinger Also aus den alten Warcraft Spielen In neueren Machinima Produktionen Mit Model Viewer Und so Umgestaltet hat Habe ich im Discord geteilt Auf Twitter Der gute Sivinyu Hat es erstmalig entdeckt Also in meiner Timeline Schöne Sache Auf jeden Fall Schöne Schöne Sache Wio Wio Dankeschön Für deinen Sub Und deinen Support Schön dass du am Sissi bist Grüße gehen raus Meine Frau wollte gerade Spontan essen gehen Total Brain-Afka Habe ich dann gesagt Nee sorry Craft Street Sehr gut Sehr sehr gut Iken Ja das freut mich Sie ist abgefuckt Aber ich habe wenigstens Mein Spaß Sehr gut Das ist glaube ich Der ehrenhafteste Move Hier heute auch im Stream Muss man dazu sagen Freunde ich hoffe Ihr habt es gesehen Ich habe unter dem Stream Habe ich jetzt coole Tags hinzugefügt Und das sind natürlich Nicht die ersten Vier besten Tags Die einfach empfohlen wurden Die habe ich mir natürlich Selber ausgedacht In mühevoller Kleinarbeit Und das verdient finde ich Schon einen kleinen Applaus Oder Dankeschön Danke Danke Vielen Dank Willst du mir mal Ins Gesicht sehen Mache ich doch Ich meine Mein anderes Gesicht Was zum Fick Spoonie ist wieder Spoonie hat wieder Feiertag Ist frei Alles dazu Es wird wieder zu Hause Gesoffen vom Rechner Es ist wieder toll So Kajo ist auf Arbeit Hat aber den Schlüssel Zum Schnapsschrank vergessen Freunde und dann Löffelattacke Aber ich sag's euch Ich sag's euch Ganz klar Wenn man auf Ambassador ist Kann man dann der Gilde Auf Ereda trotzdem beitreten Leider nicht Gilden sind in der Regel Server gebunden Es gab und gibt da Irgendwie noch Phasen Auf Low Servern Die da irgendwie Zusammengelegt wurden Aber das ist bei Ereda Meines Wissens nach Nicht der Fall Deswegen die Gilde Bleibt serverintern Aber wir haben erst Neue Tool Communities bekommen Hier Battle.net gebunden Und auch Char gebunden Das heißt wenn ihr im Stream Zum Beispiel das Command Ausrufezeigen Community macht Dann könnt ihr da auch Über den Link so beitreten Ja mit eurem Battle.net Demo macht Spaß Demo geht es aber langweilig Ja die Meinungen gehen Recht schnell auseinander Auch im Chat Schwierig Schwierig Das ist doch kein Brain-AfK sein Das ist der menschliche WoW-Spieler-Instinkt Das stimmt wir auch Unlife Auch ein schöner Umhang Dankeschön Danke danke Muri Hallöchen Ich grüße Moin Machinima ist ein selbst Kreatter WoW-Film Basierend auf dem WoW-Model Viewer Ja das hatte ich doch Irgendwie auch mit drin Ich habe sie da viel zu Ausschweifend beschrieben Es kann so einfach sein Crackball Danke Schön 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 Zuhause Bin am Handy Und sitz unter der Brücke Ja so schnell kann es gehen Gestern noch umgezogen Wohnen neu gemacht Und dann festgestellt Oh wir haben eigentlich Gar keine Kohle mehr Und zack hast ein Pappkarton Unter der Brücke So schnell kann es gehen Das ist ja halb so schlimm Bist du ja in einer Großstadt Da kann man ganz viel Geld Über Betrügereien Mit Handyverträgen und so machen Das ist ja kein Problem Machst einen Handyvertrag Mit einem neuen Handy Bei irgendeinem Laden Und einem falschen Namen Und vertickst das dann Bei Ebay Kleinanzeigen Und meldst dich dann Nie wieder Das ist ja Ja kein Problem Das kriegen wir ja alles hin Ja kleinere Betrügereien Die sind heutzutage auch schick Das muss man sagen Habe ich gehört Dass das so geht Keine Ahnung natürlich Von sowas Das ist die Portage im Norden Und ist ein komplett anderer Mensch Kami es ist so Es fällt wirklich auf Es ist ganz ganz traurig Der Norden verändert einen Der Norden verändert einen Gestern noch Weiß ich nicht Draußen spazieren gegangen Und jetzt auf einmal Klaute die Möwe Das Fischbrötchen aus der Hand Ja Es verkommt alles Wirklich Ganz ganz klar Mal schauen Ob du ein Jahres-Sub reicher wirst Ja ich bin höchst gespannt Xavius Schulter Come on Wir sind so gespannt Wenn ich sub Dann will ich aber auch Dass du meine Nachricht Die ich schreibe singst Was zum Fick Die Melodie von Palmhaus Gold Auf gar keinen Fall Um Gottes Willen Um Gottes Willen Nein Was Was bin ich lesend Nivea Was zum Fick Bin ich lesend Oh Gott Inkognito Hallöchen Moin Ein Göffel Ja das kann auch sein Das kann auch sein Schöne Sache An alle die noch nicht wissen Was über 8.1 Gedata meint wurde Und nicht gespoilert werden wollen Nicht weiterlesen Oh Gott Darf ich jetzt weiterlesen Ich mach's einfach nicht Ich hab's einfach so gelesen Ja für mich selber Voll krass Ja heftig Wer hätt's gedacht Dass das echt nochmal wichtig wird Also in welchem Rahmen Ist ja noch nicht ganz so raus Welche immense Wichtigkeit Das dann für alle hat Aber Ich bin höchst gespannt Wie sich das Ganze noch im Ja großen Verlauf Ne Dann offenbar So Schultern Kommt schon Freunde Denkt dran Wir wollen ein Giveaway Spiel Hier noch machen Ne Das heißt wer jetzt beim Bücher Giveaway Mitmachen möchte Der bleibt bitte in der Gruppe Ja Der bleibt bitte in der Gruppe Das wäre sehr sehr schön So Was hat denn Bausch noch geschrieben Ein Göffel Ja sowohl war Bausch Ja Winter is coming Fragment Fragment Geschwärzte Halskette Abstoßende Ledrige Hose Keine Schultern hier Freunde Ich bin ja betrübt Ich muss vor Schreck Erstmal was trinken hier Sonst war das ja gar nicht So die ersten gehen schonmal raus Das ist schön Das ist schonmal der erste Kontrollgang hier Und ihr könnt natürlich Selbstverständlich auch mitspielen Wenn ihr das Buch nicht wollt Oder schon habt Ne Aber wer sagt Nö 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 Ich guck mir das gerne an Der kann natürlich bereits jetzt Schonmal Platz machen Und zur Ausbildung beitragen Wer es nicht kennt Wir spielen jetzt 10 Fakten Das heißt wir haben einen Sammelpunkt Wo sich alle Die wo ist das denn Hier Wo sich alle sammeln Die jetzt mitmachen wollen Das ist ja Totenkopf Und wir haben das Game Ein bisschen gepimpt Denn ich werde einen Fakt Oder eine Frage vorlesen Und drei Antwortmöglichkeiten geben Das eine ist A Das ist blau Und das andere ist B Das ist der Mond Und das andere ist C Das ist violett The Dice Folgendes So Ihr steht bei Totenkopf Ich werde diese Frage vorlesen Ihr solltet den Streamer Auch nochmal aktualisieren Wegen Delay Weil wer auffälligerweise Zu lang braucht Und nur hinterher rennt Der kriegt natürlich auch Irgendwann schön aufs Maul Ne Das ist klar Dementsprechend Checkt nochmal eure Delay oder Delay Verzögerungsmöglichkeiten Und ja Dementsprechend Habt ihr die Möglichkeit Dann zur ersten Aussage zu gehen Wenn ihr sagt Die ist richtig Das ist blau Die zweite ist Mond Und die dritte Die ist dann lila Ne Eins, zwei oder drei Heißt das auch Voll geil Und das spielen wir jetzt Und ja Wenn wir dann eine Gewinnergruppe Quasi rauskristallisiert haben Dann Werden wir das quasi nochmal Verrollen Ne Also einfach anhand der Anzahl Eurer Raid Position Dann würfeln In dem Fall jetzt Was ist das 13 Und der dann diese Position Raid Interface hat Der kriegt dann Das Büchlein So Büchlein Freunde Was habt ihr Im Chat noch gesagt Bevor wir anfangen Wollen auch langsam mal Zeit mit dem Abo Ich schaue ja schon Seit letztem Jahr November Stimmt Schon eine ganze Weile Heftig 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 Habt Disconnect Dani Nein Guter Anfang Dani Wir warten noch Den Moment Wir warten noch Den Moment Kann man so noch beitreten Ne So jetzt erstmal nicht Weil das ja schon Alles die ersten Auswahlkriterien waren Das ist ja jetzt kein Unterschied Als ob ich jetzt Ein Bot habe Der das Giveaway macht Und der hat dann Auswahlkriterien Oder ob ich das einfach so mache Wer sich jetzt über einem Anmeldet rausgeht Und so Ist für mich nicht so der Unterschied Aber wir werden auch noch Andere Möglichkeiten machen Auch außerhalb von Ingame Damit jeder sagen kann Gut egal was ich mache Ob ich Spiele Startaccount habe oder nicht Ich konnte hier Easy peasy mitmachen Ja ohne mich irgendwie Bevorzugt oder benachteiligt zu fühlen Also hoffe ich jedenfalls Dass das das Gefühl ist Mit dem ihr dann rausgeht Spielst du dann auch noch Die 1, 2 oder 3 Musik habe Wäre gut eigentlich Wäre gut auf jeden Fall Es geht um das Buch Ihr muss mal gucken Um den schönen Comic Angriff der Geißel Schöner Hardcover Comic Aus der 4er Reihe Um die Geschichte mit Medan Angefangen mit Fremder In einem Fremden langen Mit der Geschichte von Varian Und Co Und weiter gehen dann eben Mit Medan Mit den Angriffen der Geißel Mit den Konflikten In Terramor Garos Thrall Valera Varian Jaina Alle dabei Schöner Comic Um den geht es Und wir warten noch auf Dany Und dann geht es los Fangt an Internetspillen Dany Okay Dann nehme ich dich raus Dankeschön Dann für diese Geile Aufopferungsvolle Geste Freunde Ich nehme mal meinen Zettel zur Brust Ihr kennt das Spielchen Wichtig ist Guckt auch im Stream Denn von mir aus Geht es 1, 2 und 3 Ja das heißt blau ist A Mond ist B Das ist C Ja dementsprechend Denkt daran Freunde Wir fangen an Ganz einfach Ja wir fangen an Ganz einfach Freunde Mit einer schönen Frage Die wirklich einfach ist Achtung Sehr sehr schön Was macht der gute Delay Das war natürlich Ein Pull Timer Und wenn der abgelaufen Wie oder C Das war ein bisschen tricky Ist recht knapp bei mir Okay Dann machen wir vielleicht Einen längeren Timer Dann machen wir vielleicht 15 Ich habe keinen Pull Timer Ah okay Das ist natürlich schade Dann ist schade Lassen wir den Timer weg Das sah ja diesmal auch Schon besser aus Es hing keiner ewig hinten dran Dann ist es auch okay Deswegen wollte ich das einmal probieren Ob das besser geht Bei einer etwas einfacheren Frage noch Dann lassen wir den Pull Timer weg Dann geht es einfach Das ist natürlich schwierig Dann bei jedem Internet anders Und manche einer hat vielleicht Keinen DBM für einen Pull Timer Da sind natürlich Bedingungen Mit denen müssen wir Leben So Freunde Nächste Frage Get ready Ich weise nochmal drauf hin Antwort A ist blau Antwort B ist Mond Also weiß Und Antwort C ist lila Ja das wurde B gesagt Schön Freunde nächste Frage Welcher alte Gott Befindet sich in Ankiraj Ist das A Joksaron B Jasharaj Oder C Kessun Welcher alte Gott Befindet sich in Ankiraj Oder in den Ruinen A B oder C Fühlt euch frei Oh das Schiffchen Es gibt schon Anweisungen Es ist tricky Es schlägt Finten Mal sehen Es wird schon losgegangen Es wird schon losgegangen Ja und es wird hingesprungen Ja aber um nicht der Letzte zu sein Natürlich Das ist der gute Kessun Freunde Die ersten drei etwas einfacheren Fragen Mit am Start Wunderbar Eigentlich müssen wir es jetzt erlauben Wie früher bei 1, 2 oder 3 So noch hin und her zu springen So völlig geisteskrank Sehr schön Nein wieder alle richtig Wunderbar Auch ohne Pooltimer Sah das doch diesmal Schon geschmeidiger aus Freunde Ich guck mal Welche Frage nehmen wir jetzt Ich hab das nämlich Durcheinander gemacht Wir nehmen mal jetzt Eine interessante Frage Und es ist schade Dass Elbmacht nicht da ist Und das ist eine Frage Die ist finde ich böse Mal schauen Freunde Nächste Frage Wie viele Finger Inklusive Daumen Haben Gnome an jeder Hand Sind das A5 B4 Oder C6 Wie viele Finger Inklusive Daumen Haben Gnome an jeder Hand A5 B4 Natürlich Easy Game Entsprechend Das wussten Und ihre Opfer Genaustens kennen Die Leute haben ja alle Die Drenor-Erfolge gemacht Mit Gnom-Schlechter Wo man Hände sammelt Easy Game Durch die Lore-Videos Müsste das jeder wissen Wie die haben Finger Ja jetzt sind doch nur solche Stumpen Sehr gut Ist jetzt alle mit dabei geblieben Freunde Okay Wir machen weiter Welches Schmuckstück Bringt alle um einen herum Zum Tanzen Ist das A Die Arkandusche B Das Piccolo des Flammenfeuers Oder C Avianas Feder Welches Schmuckstück Bringt alle um einen herum Zum Tanzen A Arkandusche B Piccolo des Flammenfeuers Oder C Avianas Feder Mal schauen Wer hier fleißig Schmuckstücke farmt Es ist eine gewisse Unsicherheit da Es ist eine gewisse Unsicherheit da Und ob ihr wirklich richtig steht Da seht ihr wenn Lila angeht Mein guter Star Es ist leider auch nicht die Feder Es ist tatsächlich das Piccolo Aber Mutpunkte gehen raus Mutpunkte gehen raus Das ist ein Boy Wir können ja auch nochmal gucken Wir haben hier das Piccolo Wir haben hier das Piccolo Das Party-Totem auch Ja aber um das ging es ja nicht Wir haben hier das Piccolo Das Leute zum Feiern bringt Die Fickflöte schreibt Spoonie Natürlich weiß ich nicht Wo du die hinsteckst Und hier haben wir die Feder Die einen in die Luft schleudert Und die nur ein Trainer benutzt werden kann Star Tut mir leid Trotzdem Mutpunkt geht raus Mutpunkt geht raus Schöne Sache Insofern Ja Dankeschön fürs Mitmachen Freunde Der erste der rausfliegt Bei einer Schmuckfrage Ist auch mies Zum einen denkt man sich jetzt gut Muss man nicht wissen mit Schmuckgedöns Zum anderen denkt man sich Warum so eine scheiß Schmuckfrage Ja das ist so ein bisschen Das Problem dabei Das ist so ein bisschen Das Problem dabei So Freunde Wir haben Halbzeit Deswegen nochmal Erklärung zu dem Was wir hier machen Für die die neu reinkommen Oder die einfach nicht zugehört haben Wir spielen 10 Fakten Das heißt ich habe 10 Fakten vorbereitet Für die Gruppe Die sich herauskristallisiert hat Und ihr habt so klassisch Früher Kinderspiele 1, 2 oder 3 Die Möglichkeit dann Euch zu einem dieser Marks zu stellen Ne A ist blau B ist weiß Und C ist hier Violett Lila Gedöns Und ja ich stelle also eine Frage Oder einen Fakt Mit 3 möglichen Ansagen dazu Und ihr müsst dann entscheiden Wo es entsprechend richtig ist Und euch da hinstellen So Wie zum Beispiel mit dieser Frage Weiter geht's Wer besaß einst Varian Vrin Als Sklaven War das A. Rega B. Garrosh Oder C. Neltarion Wer besaß einst Unser guten König Varian Vrin Als Sklaven A. Rega B. Garrosh Oder C. Neltarion Schwierig Schwierig Wird nicht jeder wissen Wird Oh Unsicherheit Unsicherheit ist da Unsicherheit ist da Uh 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 Huschi Huschi dachte sich Der gute Garrosh hat sich gegönnt Oh das ist jetzt tricky Ne Ich seh ihn gar nicht Hinter dem Regenbogen Ich seh ihn gar nicht Das war Rega Das war der gute Rega Erdenwut Als Varian damals In einem schönen Ritual Von Naga und Onyxia Gesplittet wurde In seine zwei Hälften Hat er dann Im Ring des Blutes Zusammen mit Broll Bärenfell Und auch Valera Gekämpft Im Dreierteam Unter Rega Erdenwut Bevor er dann später Sich wieder zusammen Verschmolzen hat Zu König Varian Und damals hat er auch Diesen Beinnamen bekommen Logosch der Geisterwolf Weil er eben gekämpft hat Mit der Wut des wütenden Wolfs Himself Ja dementsprechend Rega richtig Ja Huschi Danke fürs Mitmachen Ja Kann nicht jeder wissen Das ist so Das ist auch keine Schande Hier dann Später rauszufliegen Und einmal den Abmarsch Hier aus dem Bild Sehr schön Freunde Wir dünnen aus Wir dünnen langsam Aus Rega Erdenwut war es So sieht es aus Genau By the way Eine Geschichte Die auch in dem Comic spielt Den ich verlose Unter anderem So Gut Hatten wir die Frage auch Freunde Es geht weiter Es geht weiter Mit einer Naja ähnlichen Frage Könnte man sagen Und zwar Wie heißen die Axt von Grom Hüllschrei Ist das A Hüllschrei B Blutschrei Oder C Seelensturm Wie heißen die Axt von Grom Hüllschrei A Hüllschrei B Blutschrei C Seelensturm Mal sehen Wer hier mit den Orks vertraut ist Wer hier W.O.D. gespielt hat Da kommt direkt der Erdenhafte Sprung Er hat gar nicht lange überlegt Zack Dämonischer Einschlag hinterher Natürlich Das ist Blutschrei Kennen wir ganz genau Grom Hellstream Wissen wir Natürlich Alle richtig Easy Game Oder Easy Game Kein Problem Blaus A Weiß ist B Und Violett ist C Aus meiner Sicht Was ist mit Leuten mit blau-lila Schwäche Oder quadrat-raute Schwäche Man kennt die ne By the way Liebe Leute Liebe Leute Wer das nicht weiß Sollte sein Abo kündigen Der hält Isar ne Das hier Freunde Es ist by the way kein Quadrat Es ist kein Rechteck Das hier Wisst ihr wie das heißt Das ist ein Drachenviereck Weil das aussieht wie ein Drache Den man bastelt und steigen lässt im Herbst Ja also wer das Ding Nicht Drachenviereck nennt Der hatte hier mal ganz klar Keine Kindheit Das ist mal eine Ansage Eine wichtige Da hatten wir letztens im Raid Gut letztens in Legion Da haben wir gesagt Hier Stellt mal da hinten bei dem Mark Drachenviereck Da haben einige gesagt Wie Drachenviereck Ja wer sieht denn hier Keinen Drachen drehen Freunde Drachen steigen lassen Es ist Herbst Attacke Es ist so eine Drachenraute Was los mit euch So Nächste Frage Liebe Leute Nächste Frage Welches dieser Marx ist ein Drachenviereck Welches dieser Marx ist ein Drachenviereck Nein Nächste Frage Wie hieß der erste blaue Aspekt Ist das Mit Jaina so ein bisschen zusammen War Not bad Alter Schön die Aspekt Gönnung Spoonie Mach's gut Danke fürs Reinschauen Danke danke Ja natürlich auch die Raute Ich hau jetzt keinem den Kopf ab Der das nicht kannte Aber war eine witzige Situation Stell mal Drachenviereck Was zum Fick ist Drachenviereck Schwierig Schwierig bist du lassen Freunde Es geht noch um zwei Fragen Zwei Fragen Und manch einer würde sagen Diese zwei Fragen Uh die sind asozial Wir kommen zur nächsten Wo Freunde Finden wir denn den Tempel der Erde Finden wir den A im Hial B in Uldum Oder C in Tiefenheim Wo finden wir den Tempel der Erde A Hial B Uldum C Tiefenheim Mal sehen Wer hier in Katar unterwegs war Wer ja schon eine Weile spielt Uh das Schiffchen ist Guckt schon in die Richtung Und da kommt wieder der Jump Vom DH hinterher Jawohl natürlich in Tiefenheim Elementarebene der Erde Wir haben Terazan da stehen Mit ihren Söhnen Und ihren Töchtern Wobei haben wir glaube ich Gar nicht da Haben wir Teradras Die ist aber in Maraudon Zumindest ihre Söhne Die lernen wir da kennen Das ist so Drachenviereck Creeptroll So sieht es nämlich aus Ein extra Punkt geht raus Schon mal an Creeptroll Für diese akkurate Mathematische Bezeichnung Dieser Form Ganz ganz wichtig Freunde Willkommen im Finale Ihr habt es zumindest schon mal Geschafft hier zu überleben Ja wir sind tatsächlich Bisschen ausgedünnt mittlerweile Wir machen gleich mal die Gruppe hier Für die letzte Frage Weil die könnte böse sein Die könnte böse sein Und für die letzte Frage Für die letzte Frage Ist auch Antäuschen erlaubt Das heißt ihr dürft jetzt Eine Weile umher Also nicht zu lange Hin und her wuseln Aber ihr dürft jetzt Durchaus einen Haken schlagen Oder so ein Shit Ansonsten haben wir immer Lineal gemacht Zur Aussicht Beziehungsweise Nicht zur Ablenkung Wie heißt es denn Zur Übersicht Jetzt dürft ihr gerne Ein bisschen dumm hin und her Rennen bevor ihr euch festlegt Also nicht nur Straight Sondern gerne ein bisschen Mit dem Hintern wackeln Freund Denn die Frage Denn die Frage Heißt Das Omnotron-Verteidigungssystem Im Pechschwingabstieg Besteht aus wie vielen Golem-Konstrukten Sind das A3 B4 Oder C5 Das Omnotron-Verteidigungssystem Besteht aus wie vielen Golem-Konstrukten A3 B4 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 Oder C5 Es wird magisch gewuselt Und dann jetzt aber Richtung Position So mal sehen Mal sehen Mal sehen Die Ersten legen sich fest Die Ersten legen sich fest Die Ersten legen sich fest Ja Ja Okay Und die Leute stehen tatsächlich Wir haben Blau und Weiß Tatsächlich sind es vier Das ist unsere gute Antwort B Ach du Scheiße Ja Da muss man den Kader Ein bisschen gefahren haben Das ist tatsächlich Antwort B Freunde Das heißt Die guten Leute bei Blau Die haben sich leider etwas verschätzt Aber das war ja auch die Finalfrage Die ist natürlich bewusst Durchaus asozial Das sind vier Golems Die da entsprechend am Start sind Insofern Dankeschön an Duidi Fürs Mitmachen Dankeschön auch an den guten Voidi Und Dankeschön auch an den guten Oh Spektraltik hast du auch noch Digga Mann Da muss man nicht traurig sein Wenn man verloren hat Denn man hat schon alles gewonnen Ingame Baggage Danke Fürs Mitmachen So Freunde Das war reudig Easy 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 So Liebe Leute Karamua Hallöchen Das heißt Wir werden jetzt aus dieser Gruppe verrollen Nicht wundern Ich zähle mich selbst mit rein Sollte ich jetzt quasi ausgewürfelt werden Oh Habe ich das jetzt vertauscht Um Gottes willen Aber ist ja auch egal Ist ja jetzt Jacke wie Hose Wer jetzt hier an welcher Position ist Sollte es jetzt die Eins werden Dann rollen wir einfach nochmal Insgesamt haben wir Jetzt aber wenn ich es richtig sehe Sieben Member Kann das sein Wir können ja gerade Zahlen nicht nochmal durchzählen Nicht weil es in der Schiebung schreit Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Leute Haben hier es ins Finale geschafft Oder eben jenes überlebt Das heißt ich rolle jetzt Nummer eins bis sieben Und ziehe das dann anhand meines Raid Interfaces ab Und dieser glückliche Und auch skillte Gewinner Der kann sich dann über dieses Buch freuen Das heißt Slashwürfeln Alles legit und nachverfolgbar hier Mit dem WoW Emote Slashwürfeln Für die sieben Und wir Schauen einfach mal So Wir kriegen die vier Die vier Das ist Eins Zwei Drei Vier Das ist der gute Rarity Rarity GZ An den guten Der sich hier Das Buch Entsprechend Sichern konnte Wunderbar Wer weiß Wer weiß Wer weiß Wer weiß Die Fragen im Trivial Pursuit Sind einfacher Da sind tatsächlich auch einige her Von der habt ihr die ein oder andere Wiedererkannt Ne Das ist natürlich auch WoW Wissen So Ach ich bin das sogar Rarity Ne Guck mal Der wäre sogar so ein guter Verlierer gewesen Der hat erstmal GZ geschrieben Nach dem Roll Ohne zu gucken Ob er es überhaupt selber ist Ne Das ist ja schön Rarity Ich bitte dich Mir ingame in WoW Deinen Twitch Namen zu schreiben Das ist Schritt 1 Und dann können wir Das weitere abkommunizieren Freunde Vielen vielen Dank an alle fürs mitmachen Ich wusste es Ja ein Pilger spielt das jeden Tag Der Pilger ist einfach und fliegt Der wird ja alle rasieren Ich weiß nicht Freunde Die jetzt bei allen Runden von 10 Fakten dabei waren Wie findet ihr das besser Mit den Antwortmöglichkeiten Oder mit den Mit den Zwei nur Ich fand es so ein bisschen besser Vielleicht müssen wir das auch immer so machen Dass man ein bisschen rumwuseln darf Dass man ja echt nicht nur einen Verfolgt Es ist ein bisschen schwierig So Den Kompromiss zu finden Der allen irgendwie gefällt Ach Hinkel Du bist da Ja wunderbar Wunderbar Müsst ihr aber Scheiß sagen Skaro Hallöchen Ob ihr sagt Ja ist nice Oder ja nö Ist eh scheiße Digga Gib mir einfach so das Buch Geil Lieber Hinkel Du siehst jetzt im Chat Mein Emote Post Da gehst du einfach auf meinen Namen Und gehst irgendwo auf Flüstern Oder Chat Und schreibst mir bitte privat Über Twitch Deine Anschrift Name Adresse So alles was dazu gehört Dass ich das Buch zuschicken kann Und dann werde ich das Zeitnah mit dem Gewinner vom letzten Mal Dann losschicken Fünf Antwortmöglichkeiten Boah fünf wäre auch hart Fünf wäre auch hart Da ist dann der Delay Flay auch zu lang Aber da kann man natürlich auch mehr streuen Wobei ich glaube nicht Dass die Streuung sich erhöht Durch mehr Antwortmöglichkeiten Sondern wirklich dadurch Dass wir vielleicht Dieses hin und her rennen Und zappeln erlauben Aber das dann auch nur In einem festen Zeitrahmen Der auch wieder schwer zu setzen ist Aufgrund des Delays Und so weiter Das ist das Ding Ich glaube die Streuung entsteht eher Wenn die Leute ein bisschen Hin und her hopsen können So wirklich wie früher halt Bei den Kinderserien Oder Kindershows Die wir da hatten Schwierig zu optimieren Ich finde das Grundkonzept schön Mir macht das selber sehr viel Spaß Insofern Ja mal sehen Aber solange ihr jetzt nicht schreibt Ist eh scheiße Dann ist das ja auch okay Dann kann ich da ja auch noch ein bisschen basteln Dann kann ich da ja auch noch basteln Zeitrahmen kannst du über Pulltimer regeln Ja ich auch Ben Problem ist nicht alle hatten DBM und so Und einige haben den einfach nicht gesehen Und sind dann zu früh oder zu spät losgerannt Dann haben wir dasselbe Problem wieder An sich natürlich gute Möglichkeit Ja an sich natürlich gute Möglichkeit Stell die Fragen wie Chat ingame Um den Delay zu umgehen Das kann man natürlich auch machen Dann müsste ich die halt nur vorbereiten Irgendwie mit Makros oder so Das könnte man tatsächlich auch machen Ist nur ein Aufwand Den ich gerne umgehen würde Ist auch klar Der faule Hund wieder Juti Ja insofern Na so haben wir einen Deal Neun Monate Digga Vielen vielen Dank für deinen Sub und deinen Support Sind wir hier erstmal durch Ups wollte ich gar nicht Sind wir hier erstmal durch Nice one Können wir mal gucken was wir noch machen wollen Kannst du diese Spiele nicht mit Discord machen Dann hast du das Delay Problem nicht Mit Discord Inwiefern mit Discord meinst du Da die Frage stellen Oder über Voice Auch schwierig Kannst du bitte nochmal den E-Mode schreiben Ja natürlich Kein Problem Kein Problem Kein Problem So Zack Da ist auch nochmal Antwortmöglichkeiten sind glaube ich Oder zwei Antwortmöglichkeiten Sind glaube ich das Beste Für solche Spiele Und vielleicht einen Pulltimer Den du selber in den Chat schreiben müsstest Ja genau Das Timing ist halt das Ding Da können sich viele noch dran Eher aufregen Aufreißen Ich weiß es nicht Schwierig 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 Ihr hattet keine Kindheit Und kenne keine Kindersendung Sehr schön Giveaway Bots theoretisch Ja die gibt es natürlich auch Die gibt es natürlich auch Das sind Möglichkeiten Die wir dann das nächste Mal Für alle quasi Nehmen würden Hingl Nachricht kam an Dankeschön Ich sehe es gerade Schings Hallöchen Die Leute kommen Die Leute kommen in dein Voice Reden dort aber nicht Nur dass sie dich hören Dann hast du Lay Problem Ja das ist gut Das finde ich sehr sehr gut Tatsächlich Das finde ich sehr sehr gut Das ist höchst interessant Das werde ich mir mal Zu Herzen nehmen Auf jeden Fall Dankeschön Wirst du das neue Black Ops Spiel Vielleicht mal nebenbei Aber bin ich so der Der Black Ops oder Shooter Hini Mal sehen Keine Benachrichtung bekommen Was ne Frechheit von Herrn Twitch Gnolle Mord Oder ganz ganz traurig Hey du Hi Tila Mensch du bist ja der Mönch Schurke Grüße gehen raus Juli Wir hatten ja A Dury Set Wollen wir noch mal Fix Freihafen oder so Plus Null Ruder Und so für Mount Chance Und so ein Shit Wollen wir das noch machen Zum Abschluss Ja wollen wir Ja wollen wir Leute ist doch kein Problem Ist doch kein Problem Ruhlen wir da mal fix durch Ich würde es ganz gerne Mit einem Chama Mit dem ich eh noch Keinen Key habe Du vielleicht Oder doch den Monk Hätte ich eingelogt bleiben können Ja Shit nehme ich den Monk Ich lehne noch einen Key Oder warum denn nicht Dann kann ich gleich Ganz nicht zugucken Also dann kann ich Gleich ganz nicht zugucken Crack by Das ist auch schön Glutwurm Giveaway Sehr gut Habe ein Pulltimer Makro Mit Rufen verknüpft Ah extra für Leute Ohne DBM Das ist auch gut Das ist auch gut Okay Ja Freunde Viele Tipps Um das zu optimieren Vielen vielen Dank Ist mir auch wichtig Dass das so ein bisschen In Kooperation mit euch Dann entsteht Gut liebe Leute Dann würde ich sagen Als Abschluss machen wir Eine entspannte Runde hier Freihafen plus Null Einfach ein bisschen Gier Ein bisschen müstig reingucken Kann der Titanforge 7000 whatever droppen Und vor allem Highhafen am Ende Und wer noch keinen Kier hat Für die Woche Der sichert sich da dann auch ein Insofern Denk ich Ist das ein ganz Guter Abschluss Das ist die Brawls Leute Tatsächlich vermüssig Ein bisschen mit Gier Wäre nice Ein Heiler Und ein paar DDS Ich stelle den Tank Mein Monka 347 Das sollte gehen Insofern Einmal Attacke Freihafen plus Null Gruppe geht gleich auf Euer Server ist egal Gruppe heißt wie immer Lüll benutzt Selfiniert PV E L Ö H L Und dann gleich Attacke Sehr gerne Das ist eigentlich eine nette Möglichkeit Um die Layprobleme zu umgehen Ja und das ist Das ist halt wirklich das Problem Das ist halt wirklich das Problem So Freunde Ich trinke mal einen Schluck Dann geht die Gruppe auf Aha und dann sehen wir uns Wie gleich schön in Freihafen Ich trinke by the way Feinstes Wasser Geil oder Hype ist da Alter Hype ist da Soll ich dir die heilen Ja du Wenn sich gleich keiner meldet Komme ich gerne drauf zurück Ansonsten einfach Anmeldung Und gib ihm Das ist ja kein Problem Ich muss meine Hordenheiler Mal hochziehen Ja das ist so das Ding Das ist das Ding Sollte es aber fix jemanden finden Ja wie gesagt Ich komme gerne drauf zurück Kommt drauf an Wie die Leute jetzt ihren ID Reset zelebrieren Wir werden sehen Der gute Blue Note hier Bietet sich direkt mal an Ja man kennt es Wollt mir direkt ein bisschen Tzatziki verkaufen Der Mann So na hier Auer Alle haben Bock 216 Digga Käsetot Nice try man So wir haben Scarcer hier Als Frostmage Wir haben Tina hier Als sie Ich sag Frostmage Weiß ich gar nicht Aber alle spielen irgendwie Frost Momentan Ich sehe nur Frost überall Junge Richtig krass Wie immer hat man den Flugpunkt Weil es gibt ja einen Flugpunkt Im Tiragadesund Der heißt Freihafen Aber jetzt müsst ihr ja nicht glauben Dass der Flugpunkt Freihafen Auch bei dem Dungeon Freihafen ist Denn Der Flugpunkt Freihafen Der ist in der Nicht instanzierten Version Von Freihafen Oder? Toll Grüße an alle Die jetzt noch bei mir sind Wer bist du denn? Wait a second Er heißt ja White Faggot Heißt dieser Mann White Faggot Sorry excuse me sir Aber heißt das nicht Weiße Schwuchtel So Frage für einen Freund White Ja Ja Okay Okay Vielleicht bin ich als jemand Der Spänes heißt Nicht in der Position Diesen Mann für seinen Namen zu belangen Aber Come on White Faggot Really Okay Ja Freunde Freies Land Freies Land Das ist höchst interessant Warum nicht Wenn mir zufällig Bock Meinem Rogue beim Gieren zu helfen Ist jetzt auf 290 Aber komme in keine Müssig Ja gut mit 290 Ist aber auch sehr großzügig gerechnet Dass du in Müssig kommst Weil das ist ja noch nicht Das ist ja auch nicht mal Hero Ready Digga Also das ist auch schwierig Auch 216 hat leider nicht gereicht Ja Ich bin Fire Mage Main Gegen den Strom und so Ja nice Also ich sehe jetzt auch viele Anzeiges raus Ich sehe auch tatsächlich viele Ehemalige Fire Mage Mains Die jetzt eben auf Frost und so Gewechselt sind Weil das wohl mehr Böller Beim Leveln war es wohl geiler Und so weiter schwierig Fun Fact Rate mal wo ich arbeite Ja ich hoffe bei Dreh und Trink Sonst habe ich jetzt gar keinen Bezug So auf die Schnelle Dann droppt ein Schmuckstück Beim Braufest Intra auf Ich freue mich Eure Heilzauber haben eine Chance Welche Heilzauber Ich bin Hexer Ja der Gesundheitsstein Der muss mehr in den Fokus Der Roter und Priolisten gerückt werden Du merkst Ist so Ist so Wer den 63 Parler Reingetraut Auch dir vielen Dank für deinen Sub Zuckerfabrik Und den ersten ID Und den ersten ID gar nicht so Das verlangen Die in der Regel Wenn alles nichts hilft Selbst eine Gruppe aufmachen Das stimmt natürlich Carsten immer noch Überwachungsmechanik Okay ja gut Was willst du machen So bin jetzt Ich bin mir unsicher Und anscheinend Keine Panik Kriegen wir hin Ja da sehen wir es Dieser Mann heißt White Faggot Und wir können uns Vielleicht soll das sogar Eine Anspielung sein Das ist ja nicht ausgeschlossen 340er Boots Cool Ich hab die noch nicht Als Thema Geil Wenn die trotzdem Wer braucht vorne Ansagen anhandeln Ich guck Martina Wie sieht das aus Ja du hast auch 340 Alles ist cool Shania haben wir auch dabei Aber hatte Gear glaube ich Hatte Fat Gear 335 Oh Ja wie gesagt Wenn ihr braucht Wisst ihr was an Und dann kein Problem Easy Game In Legion habe ich immer In Gruppensuche Please carry me Plus xx key Und hat auch meist geklappt Ja das geht natürlich auch Dass wenn du sagst So ich lasse mich jetzt aber Mit Steal carryen Ja ich suche mir richtig Leute die das bewusst machen Anstatt die irgendwie Durch eine Gruppensuche In die Irre zu führen Dann geht das natürlich Auch problemlos Ja das ist ja auch Dein gutes Recht Es ist ja auch das Recht Eines jeden Verarschten Verarscht zu werden Ja das dürfen wir ja nicht vergessen Und Reistigkeit Sieg letztendlich Auch in der Gruppensuche Keine Ahnung wieso Aber ich kann mir Kein einzigen Keiner einzigen Der Innis in BFA Was anfangen Aber mit keiner Ja ich wusste das vierte Wort Mit keiner einzigen Inni in BFA Was anfangen Wir müssen hier mal checken Ob wir hier noch rumgehen können Freunde Letztens ging das Dass man hier mit allen Gruppenmitgliedern Rechts bei dem Wulpera trinken konnte Da musste man nicht alle abklappern Sondern nur den einen Mit keiner was anfangen Sonst hatte ich immer so Ein bis zwei Lieblingsinnis Aber hier nun gar nicht Find die alle doof Muss ich sagen Geht mir ähnlich als Tank Vor allem mit den Abfixen Die wir bis jetzt hatten Mit sowas wie Wo der Trash verstärkt ist Also mit verstärkt und so Oder mit Platzen Blutig Nekrotisch Alles so ein Shit Finde ich sind die Innis Alle Kränzer Selbst Freihafen Dungeon eigentlich schnell geht Mit auch durchaus entspannten Bossen Ja je nachdem Welchen Keyman jetzt spielt Also plus null Auf jeden Fall finde ich Nervig sind sie Ja aber geht Finde ich Trash verstärkt Und Abfixe auch so räudig Sowas wie Königsruhe Alter ist auch ohne Abfixe räudig Ja Deswegen Schwierig bis belastend So Freunde Letztens ging es Dass wir hier alle Bei dem trinken konnten Mal sehen ob das noch geht Es sieht gut aus Es sieht gut aus Es sieht gut aus Ja alle mal hin Alle mal anklicken den Mann Und dann kann das funktionieren Haben wir schon den Hut Ne es fehlt noch wer Wer hat noch nicht getrunken Ihr müsst alle den Wulpira anklicken Freunde So mal sehen Mal sehen Ja 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 es geht Sehr nice Sehr sehr nice Geht noch Muss man sich nicht da oben Ewig rum schnetzen Und jeder muss bei einem trinken Nein bei dem Können alle trinken Alter Voll tricky Voll der Hidden Freihafen Guide hier Alvor insofern kann ich Ein bisschen verstehen Was du meinst Ich spiele aber halt auch Nur Tank Ich kenne halt auch nur Die eine Perspektive Das macht es dann nicht Weniger besser Wenn es selbst Aus der einen Perspektive Alles anscheinend scheiße ist Das ist auch ein bisschen Zu hochgriffen Ich spiele es ja trotzdem gerne Macht ja auch Spaß Aber ich habe auch Keinen Lieblings Dungeon Ich habe irgendwie Nur räudige Dungeons Und innerhalb dieser Räudigen Dungeons Gibt es mal mehr Mal weniger einen Der dann noch räudiger ist Ja aber ich habe jetzt Echt keinen wo ich denke Boah Ein Glück Ja das habe ich Echt auch nicht Das habe ich echt auch nicht Fun Fact Bodias vibete uns Aber ich werde damit aufgezogen Wenn ich mal pull Was uns nicht vibet Ja das ist aber Ne Es ist gar nicht so So Heutzutage bei der BW Die arme Sau Oder die Bundeswehr Ist doch was tolles Freunde Wir nehmen die hier mal mit Denn ich habe traumatische Erfahrungen mit dieser Mobgruppe gemacht Darum nehmen wir die Einfach gleich mit Der scheiß Barkeeper Den kann man nicht töten Der wirft auch einfach Irgendwelche Gebräuer auf uns Weiß es Ist auch nicht nett Ah schön ist das nicht Ist Seppi-Boy eigentlich Der Vater von Vol'jin Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Fick dich man Miese Seppi-Boy-Joke So diesmal lassen wir Tina In Ruhe reggen hier Weil die Mobs Können wirklich nervig sein Also diese Boah ich bin sehr froh Dass die rumspringende Tante Schon mal Also nicht Spoonie Sondern die miese Tante da Auf unserer Seite ist Oh Tina Tina füllt ihr Mana Gerade mit Essen Das ist auch sehr schön Haben wir keinen Matchtisch gehabt doch Oder Die arme Panda-Frau Sie hat keinen Mana-Reck Anscheinend Das ist sehr traurig Aber wir haben mehr Zeit Na was soll der Geiz Früher war Eiermann Was Früher war Eiermann Auch noch ein angesehener Beruf Und mit Ficken Worte eine Schelle Hin und Her Bewegung Gemeint Eine schnelle Hin und Her Bewegung Ja so schnell kann es gehen Wer weiß Stand am Anfang Wer weiß was in den nächsten Jahren Zum Beispiel Crackbite heißt Vielleicht heißt das dann Anduin Oder so Also es ist alles Alles sehr sehr tricky Auch irgendwo Boah alter Ich hasse tanken So jetzt ist es raus Ne aber Ich konnte voll verstehen Oder kann voll verstehen Was ihr meint Wenn ich irgendwie Oder was ihr meint Wenn ihr sagt Dass ihr keinen Mega-Lieblings-Dungeon habt Ich meine Die Dungeons sind schön Design Sie machen Spaß Zum Spielen Es gibt Challenge-Bosse Ja allein Also jetzt rein Rollenspezifisch So für Heiler Die bei Sessralis Dann mal mehr oder weniger Schwitzen und so Ne Und das finde ich Vom Dungeon-Design her Finde ich es auf jeden Fall toll Aber wir haben jetzt Keinen Seelenschlund Oder so Ja ein Seelenschlund Wo man immer dachte Boah geil Seelenschlund Ja wo sich die Leute Um deinen Key gekloppt haben Und so Also das habe ich Zumindest für mich persönlich Noch nicht rauskristallisiert Wenn wir jetzt hier Leute haben Die natürlich Weiß ich nicht Jede Woche plus 27.000 rennen Oder so Ne Da wird sich dann Auf höheren Key-Ebenen Sicherlich schon schneller Rauskristallisieren Was man jetzt machen sollte Und was nicht Oder was besser ist Und nicht Aber Rein aus Tank-Sicht Weiß ich zumindest Genau was ihr meint Ja und sehe das auch genauso Korgen Hallöchen Nachdem ich das letzte Mal Gefolgt bin Bekomme ich es endlich Mit wenn du streamst Es hat es ja Kuras Siehst du das freut mich Ne Man lernt ja nie aus Man lernt ja nie aus So einmal Feueratmen Deine Piratenfratze Schön Da hat er sich gestunt hier Sehr sehr schön Sehr sehr schön Ich mag toll Nagor Kronsteig Anwesend Schrein Tempel Und Königsruhe 5 von 10 ist so gute Quote Das stimmt wohl Das stimmt wohl Das stimmt wohl Und das ist natürlich Letztendlich auch Und das müssen wir Fairerweise ja dazu sagen Ist das natürlich auch Wieder eine rein subjektive Schiene Dann müssen wir fairerweise Natürlich dazu sagen Trotzdem haben wir Meiner Meinung nach Nicht so ein Ding Wie Seelenschlund Und Seelenschlund war Weiß ihr Das war ja nicht grundlos Dass die Leute sich da Am Anfang des Addons Einfach Die Artefaktmacht Aus dem Leib Gegrindet haben Weil das Ding einfach so schnell Dann durch war Und egal welchen Affix Du da hast Du hast einfach Machbaren Trash Wenn du den oben Auf dem Schiff gut kontrolliert Gekickt hast und so Dann ging der auch schnell down Hat sich tausendmal hochgeheilt Und so und shit Das ging halt Und hier hast du immer Was ekliges So Tempel von Cessralis Alter Nicht nur diese komischen Blitzdinger Sondern dieses Event Mit den Augen Ja Weswegen die Leute Schon nicht mehr Schwarzfeldstiefen gegangen sind Erinnert euch Da hatten wir das mit Fackeln Und den Zwergen Wie wir es jetzt mit den Augen Haben im Tempel Diese Blitzfelder Dann diese Etsy In ihren Rauchwolken stehen Du die nicht angreifen kannst Also da ist schon Ohne Affix So viel Shit Ja Selbst ohne Affix Ist da so viel Shit Also Ne Schön ist echt anders So kann ich hier nur Die eine Gruppe pullen Seid ihr Oranges Nein Ihr seid Mealies Ihr seid ja cool man Ihr seid ja richtig cool Geil Dann können wir ja ganz smooth Schön umgehen Wollen wir ja nicht mal Prozente für den Shit Beste Tiefpull vergessen 6 von 10 Ja das ist doch schön Pilger Dass du gerade so ein Gegenbeispiel nimmst Und sagst Ich finde die alle nice Und wie gesagt Ich möchte gerne nochmal betonen Das ist doch kein Hate meinerseits Ich renne die da nicht Ich renne die auch gerne Plus Ich renne die auch gerne null Ich balle da mit meinen Twinks durch Zum Leveln Ist egal ne Wobei gut nach dem 6. Twink Irgendwie nur mit tiefen Full Leveln Verliert auch ein bisschen an Reiz Ne Aber Wie gesagt Mir fehlt so ein Sehenschlund Ja wo du denkst Boah krass Richtig Bock Ja So das irgendwie Nicht dabei Aber gut Ob das hier zwangsweise schlecht ist Ja das sei mal dahingestellt Dafür haben wir Inse Expedition Zum AP Grind Ja Ist doch auch geil oder nicht Die Innis gehen mir Generell auf den Geist Und dies schon seit geraumer Zeit Hat er in Legion Schon nicht alle Berufe auf Max Weil man immer wieder In die Innis gehen musste Das stimmt wohl Da mussten wir Letztens mussten wir auch Meinen Vater durch Kronsteige ziehen Ihr wisst Mein Vater macht nur Berufe Und PvP Und er hat auch gesagt Du ich kann ja Ich kann ja die Flashy Noch nicht machen Du musst nicht mal hier Den Dungeon ziehen Und so Und da mussten wir ihn auch Kronsteig und so mitnehmen Und ja ich sehe jetzt auch kein Ding Aber musste ich sonst zum Beispiel nicht Weil man immer wieder in die Innis gehen muss Er hätte Gemusst Warte 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 Schon Max Weil man immer in die Innis gemusst hätte Und in BFA finde ich die so uninteressant Dass ich noch nicht mal in allen drin war Okay das ist aber auch krass Das ist auch krass Freunde denkt dran Hier drum rum stellen Um diesen Knochenhaufen Wenn das LP Event vorbei ist Und das Schwein fliegt In den Schatten seht Euch einfach die Scheiße aus dem Leib klicken Damit wir dieses Event auch skippen können Wie eben vorne mit den Vulpera Können wir das genauso skippen Das Schwein dann hier auf diesen Knochenhaufen Einfach draufklicken Sobald das fliegt Und dann haben wir das auch geskippt Ich kann nix Ich bin nix Gib mir eine Uniform Uuuuh Kloa Uuuuh Gut dass Bulias nicht da ist Ist so Wie geil Habe eben das erste Easter Äh das erste Das Easter Egg in Nazmi gefunden Mit Kermit und Miss Piggy Großartig Mit dem schönen Regenbogen noch dahinter Schön Ja BFA bleibt ein Easter Egg Und Miming Addon Ne Also allein die Quest Text Übersetzung Egal ob Ali oder Horden Seite Freunde Ich weiß nicht wie aufmerksam Ihr gelevelt habt Aber no shit Allein die Quest Texte Manchmal Boah Ist richtig geisteskrank Toilagoa finde ich ganz nice Ähm Streckt sich meiner Meinung nach Auch ein bisschen Ne Weiß ich nicht Ich weiß immer nicht Sind wir jetzt schon auf der zweiten Ebene Sind wir jetzt schon beim Boss Boah Keine Ahnung Aber ist wie gesagt Auf meckern auf hohem Niveau Ne Letztendlich spiele ich es ja auch Ich hate das auch gar nicht Aber ich hab eben auch Kein Lieblings Dungeon Und deswegen nehm ich es mir raus Rein subjektive Meckerschellen zu verteilen Jetzt hab ich es selbst verkackt Ich raste aus Nein Nein Sehr gut Es wurde gerettet Wunderbar Oh ne Ich hatte so die Kameraeinstellung Dass ich auf unseren Panda geklickt habe Scheiße Auch das geht Aber ihr seht wie schnell Das eben dann gehen kann Ne Toll ey Toll Ob wir es jemals schaffen Dass es alle machen Oh Gott Aber wir waren schon mal besser Diesmal hab nur ich verkackt Letztes Mal waren es glaube ich drei Schwierig Es wird Freunde Es wird Ja man muss ja Das war natürlich Absicht Damit man auch menschlich erscheint Als Streamer Das ist ja wichtig Geil Wär übelst geil Wenn ich so serious Übelst so argumentieren würde Wie der letzte Volkknecht Alter Immer so Boah scheiße Ihr müsst auch doppelt klicken Sonst muss ich da drauf klicken Und so Wär richtig nice Wär ich mir mal angewöhnt Wie so der letzte Hurensohn Einfach alles zu sagen Richtig geil So Wenn du ein süßes Essen erwartest Und es salzig ist Oh das ist auch geil Manchmal Wenn sich auf meinem Tisch So richtig Asmongold mäßige Zustände Ne Wenn die einfach stattfinden Diese Zustände Ja dann hast du so irgendwie Tee stehen Und Cola Und dann denkst du so Boiz trinkst du Cola Und dann ist es irgendwie Hagebuttentee oder so Das schmeckt an sich ja nicht ekelhaft Aber ne Anhand der Erwartungen Ah reudig 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 Auf jeden Fall Grundstück anwesend ist vom Design her ein Traum Richtig Das ist vielleicht mal so ein Twist Den wir jetzt mit reinnehmen können In die Aussagen Vom Design her Von der Atmosphäre Vom Aufbau Auch hier wie es in die offene Welt Eingearbeitet ist Ne Das ist next level shit Auf jeden Fall In meinen Augen In Bezug zu einem anderen Dungeon Das hatten wir teilweise schon Ähm Hatten wir teilweise schon in Legion Aber finde ich wurde mit BFA Auch in Sachen Design Und so nochmal Ein ganz neues Fass aufgemacht Ja allgemein mit der Atmosphäre Sagen wir ja auch immer wieder Oder werden es nicht müde zu betonen Sowas wie Drust war Diese Hexenthematik Ja Kronstärkanwesen Das ist wirklich fucking großartig Auf jeden Fall Ja das ist so ein Aspekt Der ist meiner Meinung nach Rein objektiv bewertet Äh Mit diesem Schritt Der da gemacht wurde Finde ich ist das relativ unhatbar Ja auf jeden Fall So In Freiafen kannst du den kompletten Trash Vom Endboss Sich selbst töten lassen Steck du so Okay das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen Höchst interessant Ähm Werden wir sicherlich auch mal rausfinden Ne Aber ihr seht wie man auch In Freiafen zum Beispiel Vielleicht haben wir auch bloß noch nicht alles rausgefunden Ne Man kann ja in Tollago auch zum Beispiel Mit einem Schorken Oder mit so Monolith Dietrichen Die Schmiede machen können Kann man da auch Einige Passagen skippen Indem man da die Gefängnistore aufmacht Und so ein Kram Ähm Deswegen Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht alle Abkürzungen gefunden Ne Vielleicht haben wir ja einen Seelenschlund Der ist halt nur so versteckt Dass es noch keiner gefunden hat So nach dem Motto Ne Und Freiafen Wir konnten jetzt am Anfang dieses Vulpera Trinkspiel Äh Ja optimal machen Ja Indem wir nur bei einem Trinken Nicht den ganzen Trash machen müssen Wir können hier das Schwein Quasi nahezu skippen Wenn alle mitmachen Und dieser miese Streamer Spass hier nicht pennt Ja Und wir können anscheinend auch den Endboss Trash da Entsprechend sich selbst töten lassen War die Formulierung Ja Ähm Das ist besonders schön Weil So durch Wunder Als Tank hasse ich diesen Trash Sehr sehr doll Ja Ich find den unfassbar ekelhaft Alter Die Sin- und Hergewerfe Dieses Aoe-Geblitze da Ne Das ist alles wirklich nicht schön Was willst du machen Dani Ja geht's jetzt zum Diplomaten Ne Gönn dir reichlich Ich hoffe mal Die Frage wurde ich schon hundertmal Tausendmal gestellt Aber hast du Ivan vor Mit Facecam zu streamen Ne nicht wirklich Ich find das ein sehr ablenkendes Element Und ich finde Muss ist auch im Gaming Bereich Jetzt nicht zwangsweise Pflichtig Ich guck's mir auch gerne an Es ist sowieso keine Pflicht davon abgesehen Ich guck's mir gerne bei Horrorspielen Und so an Aber Oh Nice Dickes Need Aber ist definitiv nichts für mich Ne Ich puppel gern mal nebenbei Ich bin gern mal wochenlang Einfach unrasiert Und lauf rum wie der letzte Assi Und Das muss ich irgendwie nicht nur Im Internet repräsentieren Und so Deswegen Alles cool Alles cool Wie erst jedes Mal Wie jetzt jedes Mal Kami Alter Fuck you Gar nicht wahr Gar nicht wahr jedes Mal Ey Wenn Schrein des Sturms genervt wird Heißt es dann ein Flüstern des Sturms Wow Faunhelix I'm so proud Alter I'm so proud Weil ich Ja ich bin eigentlich mehr neidisch als stolz Weil es mir nicht selber eingefallen ist Schwierig man Schwierig schwierig Kommt da noch was Ne ich glaube nicht Ich glaube nicht Also wir kriegen jetzt jeder Highhappen Und ich glaube das ist ein guter Streamabschluss auch Ne Ich esse Hör auf von Assi Kopp Assi Kopp Sehr gut Sehr sehr gut Ähm Alle pullen über die Brücke Zurück rennen Die Ads casten einen Buff Der sie stärker macht Aber Leben kostet Ah Das ist ja interessant Okay Muss ich mir aber Bevor ich das selber mache Würde ich mir das gerne selber erstmal einmal angucken Ähm Insofern Ich bin schon froh Wenn ich hier den Sprung so hinkriege Ohne dass wir die Gruppe pullen Oh Oh es war wer anders Es war geil Es war nicht ich Ja Kami siehst du das Kami es bin nicht nur ich Ne So Hahaha So hört da nämlich ein Schuh draus Ne Easy game man Easy game Gib mir einen Clip Wo du es nicht verkackst Boah Das ist jetzt auch unfair Kami weißt du Das ist jetzt unfair Weißt du Vielleicht überlese ich dich gleich einfach wieder Hahaha Ja weiß ich nicht Habe ich das echt im Stream immer verkackt Boah das wäre ganz schön scheiße Dann muss ich da echt nächstes Mal ein bisschen mehr drauf achten Das wäre echt keine gute Statistik für mich Fuck man Gib mir einen Clip wo du es nicht verkackst Der hat er mich bei den Eiern der Hund Ich raste aus Schade schade Zumal Innis Zumindest bei meinem Interesse in WoW Komplett nutzlos sind Gear für den Normal Raid Kamen auch so dicke zusammen Woraufhin die Ausrüstung besser wolle Und WoW bietet so viel mehr Dinge Die wenig Zeit kosten Und zumindest mir mehr Spaß machen Und wenn es dann nicht mal so ist Logge ich mich nur ein bis zwei Mal am Tag Ein ums ins Aha zu daddeln Ja das ist ja auch dein gutes Recht Und das ist ja auch toll Dass dann diese Möglichkeiten da sind Für mich ist so Vielleicht bin ich da auch wieder nur Zu alt eingesessener MMO-Hase Weswegen ich gerade meinen siebenminütigen HZ gezogen habe Weil ich so geil WoW spiele und Tankmane Aber für mich gehört so dieser Inni-Prozess einfach auch dazu Deswegen habe ich mich auch so Unwohl gefühlt Sag ich mal Als es mit dem Geern so schnell ging So 370er Teile mit der Warfront Zwei Weltbosse Und 340er Farmen Und Rare Mobs Wo ich ja so ein bisschen auf Twitter auch Ja muss das jetzt hier sein Und ich nach zwei Stunden Auf Level 120 Irgendwie Gearscore Music Ready habe Mit dem Twink Ja wo ist diese gute alte Leidensphase Wo man ja erstmal wochenlang Sich hochknüppeln muss Um überhaupt einen Hero sehen zu können Und so ne Auf der einen Seite natürlich schwachsinnig Ja weil wer farmt denn schon gerne Gear ewig Ja auf der anderen Seite Ist das für mich aber schon Irgendwie auch ein MMO-Bestandteil Der seit jeher in WoW Seitdem ich zumindest spiele So verankert ist ne Und er fehlte halt Weswegen ich da ein bisschen rumgemotzt habe Oder halt immer gesagt habe Komisch ist das richtig so Ja und ja Dementsprechend ist das natürlich schön Dass das jeder anders sehen kann Und das dann auch entsprechend ausleben kann Ingame Na das ist natürlich was Feines So 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 Erstmal Bier und Kippchen hinterher So ne Gleich mal die letzten Geschmacksnerven noch töten hier So wir lassen Tina vor dem Trash Glaube ich auch nochmal essen Ne weil der ist echt böse man Und da ich in cleverer Voraussicht Und im Vertrauen meines Heilers Gerade meine Harz CD benutzt habe Wird das einfach nur geil jetzt man Wird das einfach nur geil Richtig nice So Freunde Es wird gereckt Und es wird gepullt Ich habe Angst Berechtigte Angst Und wir stunnen aus diesem Grund Erstmal gut gelaunt rein Und widmen uns dann diesem Caster Mob Bevor ich gleich wie der letzte Volldulli hin und her gekickt werde Ich hab dolle Bock drauf Jawohl Da fliegt er wieder Oh Gottes Willen Ich komm nicht ran zum Kicken Ich komm nicht ran zum Kicken Und auch nicht zum Agro aufbauen Oh das ist nett Jetzt komm ich an die Hunde ran Geil die haben mal für meinen Vorteil mich geworfen Das ist ja nett ey Dass es das noch gibt hier oder Das gibt es ja gar nicht Ich hasse diesen Trash alter Es ist gar nicht cool als Tank Der wirklich auch mit Parieren und Ausweichen arbeiten muss Hier ständig depositioniert zu werden Das ist wirklich Das ist wirklich einfach nicht cool man Ich meine als Mon kannst du zumindest ranrollen Ja als Krieger hast du vielleicht einen gut gelaunten Charge Immer ready aber Halt auch nicht in der Frequenz von alle zwei Sekunden Ein Wurf auf Nacken Das ist wirklich in höchstem Maße einfach nicht nett Hat jetzt hier der Hund auch noch Agro gezogen Junge ich raste völlig aus Es könnte so einfach sein Also ich muss ja sagen Du bist ein sehr sympathischer Streamer Und seit ich deine Lore Videos auf YouTube gesehen habe Und den Lore Talk von Dion Barlow Bin ich begeistert von der Lore Das freut mich sehr Das freut mich sehr zu hören Weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Anspruch So irgendwo die Begeisterung zu teilen Also hat es bei mir zumindest angefangen So Story Videos zu machen Aber eigentlich bin ich ja ein verdammt faules Schwein Und die kosten Sachen cutten Und irgendwelche komischen Mistzonen besuchen Die sonst zwar am Arsch der Welt sind Kostet das halt immer schon ein bisschen Aufwand Deswegen freut mich es immer sehr Wenn das tatsächlich den Effekt erzielt Letztendlich den es soll Ist dann schön Dann macht man das doppelt so gern Deswegen lese ich das auch sehr gern Freut mich Freut mich, freut mich Tipps der LP Hallöchen Hi, hi So Wieso Geschmacksnerven töten? Weißt du wie viel Köche rauchen Nein Mensch Das sollte gar kein Serious Hated sein Crackbite Was ist da los? Was ist da los? Meine Güte Am besten finde ich immer Die Ärzte hinterm Krankenhaus Wie sie vorne sagen Rauchen ist böse Und hinten gehen sie rauchen Geil Das ist die sogenannte Arzt-Vorbild-Funktion Ja, richtig gut Ich kenne tatsächlich auch keinen Arzt Oder Mediziner Der nicht raucht So, gar nicht So, egal ob jetzt Krankenpfleger Oder Zahnarztassistent Oder was Weiß ich Natürlich Ich kenne natürlich auch tausende Zahnarztassistenten Das ist voll die legitime Statistik Jetzt hier Ne, ist natürlich Subjektiver Verzerrter Könnte es nicht sein Trauer keiner Statistik Die du nicht selbst gefälscht hast Ne, so auf diesem Level Insofern Ja, Freunde Rauchen oder nicht Zigaretten auch Essen oder nicht Das ist natürlich jedem selbst überlassen Ich würde es nicht empfehlen Und wir empfehlen jetzt erstmal folgendes Nämlich, dass für jedes Gruppenmitglied Dieser exorbitanten Supergruppe Dass die jetzt erstmal High-Happen-Drop für jeden 3, 2, 1 Ja, naja Fast den Schlüsselstein Come on Come on Come on Come on Alter Da ist er Da ist er echt Alter Skersa Skersa GZ Gib mir den Skersa Komm ÖHÖM Schreib Du hast den schon Come on Skersa Come on Du hast den schon Los Los Da steht ÖHÖM Da steht ÖHÖM Was für ein ÖHÖM Oder er kann es nicht fassen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht GZ Äh GZ Wait Skersa Glückwunsch Cool Ich hab gesagt Vor allem Drop das Ich raste völlig aus Ich raste völlig aus Nein Ist ja kein Problem Habt ihr nicht Sorry Nein Gönn dir den Um Gottes Willen Glückwunsch Nein Nein Mach das Behalt den Den will ich gar nicht Wenn du den nicht hast Ich würde mich freuen Wenn es zweimal in der Woche Einen Loretalk von Dion Barlow geben würde Wir haben auch tatsächlich In so einer Richtung gesprochen Wie wir weitermachen wollen Und da ist natürlich durchaus auch Ein Ausbaupunkt Angesprochen worden Ja Aber wie es da aussieht Und weiter geht Da sage ich natürlich mal nicht zu Weil ich auch gar nicht weiß Was ich dazu sagen darf Schwierig 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 So Liebe Leute GZ Schön Also Klappt mit meinem Callen Zwar nicht für mich Aber es wäre trotzdem toll Und wir haben gesehen Das Vieh kann wirklich droppen Das Vieh kann wirklich droppen Ja Das ist ja auch Das ist ja auch so eine Art Befreiung Freunde So ich hab aber auch schöne Handschuhe bekommen Das ist ja auch schon mal was Liebe Leute Magst du noch aufmounten Skazaar Magst du noch aufmounten So hinter uns Und wir stehen hier Wir machen noch ein Screenshot Das wäre cool auf jeden Fall Das wäre auf jeden Fall nice Ah Das wäre nice So Gibt es nicht mal einen Erfolg Wenn man den lernt Das ist sad Das war noch so ein Abschluss Das ist schief mit jemandem Von dem Goldberg Und mit High Hoppen Das wäre natürlich cool So Tippsel Ja das freut mich Wenn du das so empfindest Grüß dich Schön dass du da bist Grüß dich again So nach dem Motto Ich mache eben den Bann fertig Nice Kannst du so hinter uns So ein bisschen quasi Wir stehen hier So und dann so Ich in der Mitte Ihr so drumherum Kriegen wir das hin Mal sehen Das ist so eine Fotoaufstellung Jeder der schon mal Beim Fotografen war So mit der Family Fürs Weihnachtsbild Für Oma oder so Der weiß was das für ein Spaß So das sieht doch schon Ganz gut aus Ja Och ein Traum Ein Traum Sehr gut Ja professionell Höchst professionell Sehr gut Sehr sehr guten Traum Okay ich habe einen Sehr schön Freunde Super Dann danke fürs mitkommen GZ an Skerza Sehr schön Ja Call it Call it Call it Call it War sehr erfolgreicher Stream heute Buch rausgehauen High Hoppen verteilt Zwei Transmog Raids gegangen Alter Ist cool War gut War gut Oder kann man mal so stehen lassen Freunde Super Dann sind wir wieder am Ende Magst du Farming Kommt drauf an Also jetzt nicht um des Farmings willen an sich Aber wenn ich mir jetzt einen Mount in den Kopf setze Das ich haben will Dann gehe ich da auch nicht raus Bis das droppt Ja so nach dem Motto Also das ist auch keine zwangsweise Seltenheit Seraphim Shadow Hallöchen Hast du ein Ritual das du machst bevor du ballst Sehr gut Endlich mal ein Vogel ohne Augenkrebs Farbe Stört dich der Grüne und der Blaue Ich fand den jetzt gar nicht so groß anders Das sind ja Sind ja so die Aras oder die Papageien dieser Arten Die sind ja nun mal so farbgesprengelt So Freunde Ja es war mir ein erfolgreicher Stream Liebe Leute Es war mir Mal wieder ein Fest Dann würde ich dich gerne mal zum Drust von Mount Farming einladen Ja das ist nur das Ding Dass die mich gar nicht so jucken leider Da bin ich noch gar nicht in der Phase Das ist so ein Ding Was ich mir so Ende BFA aufhebe Wenn man dann so Langeweile hat Wenn wir dann mal einen Talkstream machen Vielleicht mit Bolias oder so Wo man das dann am Ende macht Wenn man die bis dahin durchs Twinken nicht eh bekommt Ich habe noch so viele Twinks Die ich auch durch die Gebiete ballern muss Dass das vielleicht auch nebenbei drauf weiß Das ist so das Ding Und ich finde viele davon auch gar nicht so hübsch Muss ich zugeben Das ist so Habe ich gar keine Motivation momentan für Aber danke für das Angebot Auf jeden Fall Juni Freunde Es war mir wieder ein Fest Ich bedanke mich bei euch Bei allen neuen Followern Grüße gehen raus Bei allen Sabern, Ries Sabern, Donatern, Sheeran Freunde Vielen vielen Dank für euren Support Den mir ermöglicht Das hier so weiter zu tun Wie ich es tue Dann werde ich die Bücher fertig machen Die Zeit nachher rausschicken Die beiden Und ja Wir sehen und hören uns dann Wenn ihr wollt Ja vor allem wo ihr wollt Auf Twitter Im nächsten Stream Im nächsten Upload 0 Uhr geht es auf YouTube weiter Insofern Ich bedanke mich fürs Zusehen Und wir sehen uns dann In den nächsten Streams In den nächsten Videos Bis dahin Hört rein Schau Auch HiHappenmann Scheiß Papageie Yeah 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 Lala Auto Tschüss